Neu-Spiel Tamawai Auf geht es. Tamawai ist ein Story-basiertes Spiel, in dem jeder deiner Entscheidungen zählt und deine Beziehung zu den anderen Charakteren beeinflusst. Abonniert BastiGerG Xbox Game Studios Kann ich nicht lesen Scheiße Ditto's Crossing Alaska, 1. März 2005 Hey kiddo I need to ask you a few questions, okay? Can you tell me what happened tonight? I... I... I went to show her my haircut She had a gun She... Take your time She freaked out I... I... It's okay No, it's not It's not okay My mom tried to kill me so So... So I stabbed her Holy shit I killed my mother So schlecht kann die Frise gar nicht gewesen sein Kapitel 1 Heimkehr Seine Mutter Wollte ihn töten Und er musste Notwehr gegen seine Mutter Wohnzentrum Fireweed 2. November 2015 Zehn Jahre später Sie? Hey, das ist ein Typ WTF seid ihr oben? Ähm... Er hatte doch Knirps gesagt Er hat Knirps gesagt Das ist... Das ist... Das ist hier Jetzt wird sich schon alles aufklären. Das hat man ja am Trailer gesehen. Ich glaube, dass das Geschwister sind. Eine Karte nach Alaska. Jetzt nach Hause. Ich mache die alle jetzt gleich aus, pardon. Man, an Leute, die jetzt sagen, dass die Musik zu laut ist. Oh mein Gott, bitte. Genieß doch bitte einfach mal. Kranke, kranke Grafik. Die Musik ist wirklich ein bisschen laut. Ja, wir machen die Badline-Alerts aus. Tut mir leid an Leute, die jetzt einen Cape oder so kaufen. Danke für deinen Support. Aber keine Ahnung, ich verkaufe echt ein bisschen zu viel. Sorry. Und dann... Sorry, nein. Gehen wir mal ein bisschen runter in der Gesamtlautstärke. Denn die Musik darf nicht... Also ich fand es eigentlich ganz angenehm gerade in der Sequenz. Wir machen es mal so. Und dann... Gucken wir mal. Wir müssen erst mal das Ganze erst mal erkundigen. Und by the way, bei solchen Spielen ist es auch by the way oftmals der Fall. Ja, es muss... Die Musik muss laut sein. Leute, das ist ein Kunstwerk. Dieses Spiel betrachtet es nicht als Spiel. Betrachtet es als Kunstwerk. Das ist Kunst, was ihr hier seht. Erkundigen by the way. Sorry. Also, ne, for real. Es ist Kunst. So, wir haben erstmal ne Menge Sachen, die wir erkunden können. Und, ähm... Wir sind jetzt aktuell dieses... Girl. Dieses Mädchen. Teenagerin. Wie alt würdet ihr sie schätzen? Wenn das ihr Zimmer ist, würde ich sie jetzt, so wie ich sie sehe, auf 16, 17... Puh... 22, 20? Ich hätte jetzt so 17 gesagt. 17 hätte ich gesagt. Aber jetzt auch hauptsächlich wegen dem Zimmer. Ich würde sie jetzt nicht über 20 schätzen. Ja gut, sie hat schon etwas ältere Gesicht zu ihr. Und... Das, was wir halt gesehen haben, bei... Ähm... Wie hat sie ihn gerade genannt? Warte mal, ich muss mal die Steuerung raffen. Ähm... Auf jeden Fall hatte der andere, der Junge, hatte ja auf der... Auf dem Tisch hatte er ne Alaska-Karte. Tyler. Und, ähm... Weiß nicht, vielleicht sind das Geschwister, die sich seit langer Zeit mal wieder treffen. Wir müssen erstmal ein bisschen herausfinden und wir gucken uns erstmal alles in Ruhe an. Kannst du auf Deutsch stellen? Es ist auf Deutsch. Es sind deutsche Untertitel mit englischer Synchro. Das ist eigentlich das Beste, was du haben kannst. Alice Nice. Also, was haben wir denn hier so... Mh... I can fix this... I can fix this... So ein bisschen auf, ähm... Das ist kein Horror-Game. Okay, es scheint wohl Abend zu sein. Relativ viel so... Ja, das ist jetzt nicht so krass, ne? Nein, danke dir für drei Monate. Was haben wir hier? Okay, wenn sie schon so darüber lacht, dass sie seit der High School nicht mal... Also nicht mal Schlittschuhlaufen war, dann ist sie auf jeden Fall aus der High School anscheinend raus. Dann scheint sie wahrscheinlich doch schon aufs College zu gehen. Die Grave-Freisen. Oh. Fühle. Achso, lol, du kannst dir das immer so... ...separat anzeigen lassen, ja, moin. Nein, es gibt keine Jumpscares. Oh, genau. Ich stashe sie hier. Nee, ich will noch nicht die Schlüssel, ich bin noch nicht fertig. Alter, die Kameraperspektive ist sau nice. Das ist jetzt einfach die feste Kamera, so. Die Schlüssel, die Hausschlüssel. Vielleicht treffen die sich beim alten Haus. Vielleicht trifft sie sich nach Jahren mit ihrem Bruder wieder bei dem alten Elternhaus, was sie vielleicht verlassen haben. Wir haben ja im Pre-Intro gesehen, das... Es sind nur Vermutungen, ne, ich hab keine Ahnung. Dass Tyler... Also ich meine, dass das bei dem Polizeiverhör auf jeden Fall Tyler war. Der erzählt hatte, dass er seine Mutter erstochen hatte. Und logischerweise, zehn Jahre ist das her. Und wie alt war Tyler da ungefähr? Ja, es kommt hin. So neun oder zehn Jahre war er. Er war auf jeden Fall sehr jung. Zwei Drittklässler, dann kommt das ungefähr hin mit dem Alter. Dass er vielleicht so 18, 19 jetzt ist. Und logischerweise, wenn halt so ein Schicksalsschlag passiert, deine Mutter stirbt. Genau, sie kann halt wieder da zurück hin. Und Tyler wird auch eben da sein. Das heißt, wenn so ein Schicksalsschlag... Schicksalsschlag in der Familie passiert, deine Mutter stirbt und die Mutter stirbt halt an... halt gegen Notwehr vom Sohn. Dann willst du da nicht unbedingt mal leben. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass das ganze Leben und die Familie gesplittet wurde. Und dementsprechend... Nach zehn Jahren besuchen sie vielleicht dieses alte Haus. I don't know. Ooh, I can't wait to force Tyler to watch this with me. He's totally gonna hate it. Sie haben auf jeden Fall anscheinend nicht so viel Kontakt und haben nicht lange von sich halt gehört. Sie meinte, dass sie ihn halt lange nicht gesehen hatte, seitdem sie ihre Teenie Haarfärbezeit hatte. Sie scheint auf jeden Fall sehr into Weltall und so weiter zu sein. Was sie, wir können lesen und auch Englisch. Das ist alles cool, aber ich spiele das Spiel so, wie ich das spielen möchte. Und ich streame es auch so. Und ich kommentiere und rede über alles. Und ich mache das immer schon so. Immer. Und ich werde es auch weiterhin so machen. Weil ich muss und will das so. Das ist halt... Ja, also das ist mein Type. Introduction to the US-History. Kindliche Balance. Business. Think big but slow, Junge. Digga, ist doch nicht dumm. Das ist jetzt so eine richtige Instagram-Caption, ne? All the way up. Und dann so ein Raketen-Emoji. Ja, das haben wir schon gehört. Wir werden, by the way, uns alles angucken, ne? Englisch? Naja, es sind halt neu... Also es ist die englische Synchro mit deutschen Untertiteln. True, das ist es halt. Wirklich, DVDs, Boxen oder was auch immer. Das ist halt nochmal viel persönlicher. Das ist halt wie eine Postkarte schreiben. Es gibt halt nicht immer nur digital. Eine WhatsApp-Nachricht schreiben. Ja, wir sind im Urlaub. Hier, guck mal, der Strand. Eine Postkarte ist nochmal viel was... Noch was Geileres. Und es ist genauso, wenn du von deiner Lieblingsserie alle Staffeln in einem Regal zu stehen hast. Viel geiler. Ja, moin. Du kannst die auch auf Netflix alle gucken. Ist meinetwegen true, aber... Hat das viel mehr Charme. Und da kann mir keiner widersprechen. Keiner. So, was ist hier los? Guck mal, ich hab schon ge... ...at least I'll have Tyler. Police Chief Brown asks Conceal to reconsider budget. Dogstrike to begin this week. Major Elec... ...kandidat Tom Veggie supports gun control. Money for local schools. Mh-hmm. Empathisch. I should probably check my email one more time before I go. No, I've already done that three times this morning. Okay, sie spielt Eishockey. Nahliegend in Alaska. Alaska ist, glaube ich, flächentechnisch der größte Bundesstadt der USA. I should probably check my email one more time before I go. No, I've already done that three times this morning. Time and I get into the shape of yesterday. Summertime suite. Mh-hmm. Bücher. So, to do. Sie hat auf jeden Fall ein Geschenk. Gift hat sie für ihn. Also, ein Geschenk. Dann den Fahrplan hat sie dabei. Snacks und Getränke. Autoschlüssel und eben der Hausschlüssel fehlt noch. Und den haben wir jetzt halt. Okay. Ich denke, ich bin bereit, jetzt zu gehen. Es wird so verrückt, ihn nach all diesen Jahren sehen. Ähm. Sieht das jetzt mit ihm, mit Tyler? Sie scheint nervös zu sein, ja, ne? Vielleicht der Vater? Von denen haben wir noch gar nichts mitbekommen. Michael und Tyler sind so going to hit it off. Okay. Kommt noch wer mit oder fährt sie nicht allein? Oh. Oh. Das ist das Geschenk. Äh. Ja. Vielleicht ihr Freund. Hm. Könnte sein, ne? Wie sehen wir aus? Outfit of the day. Ja, okay. Passt. Vielleicht noch ein bisschen kalt. Haben wir denn alles abgecheckt? Was gibt es denn noch in ihrem Zimmer? Generell Lichterkette. Ich sage es jedes Mal. Triff irgendeine jugendliche... Irgendein jugendliches Mädchen in ihrem Kinderzimmer. Ohne Lichterkette. Kein Mädchen. Immer. Lichterketten. Überall. Schublade? Welche Schublade? Oh, guck mal hier oben. Bum. Will aber. Schuh. Öffnen. Was haben wir denn da drin? Okay. Sieht jetzt mal noch nicht geheiratet, oder? Why do I still have this? Every time I look at it, it reminds me of how very single I am. Oh. Alison und Bobby. Karibische Träume. Abschlussball 2012. Oh, sie hatte ja einen Abschlussball vor drei Jahren. Das heißt... Ich hatte meinen Abschlussball vor vier Jahren. Dann ist sie ein Jahr jünger als ich. 22. Ja, ihr habt verdammt nochmal recht gehabt. Bobby. Junge, Bobby sieht aber aus, als ob er schon, weiß ich nicht. Bobby sieht auch schon aus, als hätte er drei Kinder, ne? Junge, Bobby, was hat er denn? Er sieht aus wie ein Superheld mit dem Kind, ne? Timo, danke dir für den Prime Star. Ja, Tyler wird da sein. Das haben wir jetzt mitbekommen, ja. Gut, dann haben wir jetzt alles abgecheckt. Ähm, cooles Bild auf jeden Fall. Ähm. Dallas Hockey Club. Eishockey spielt sie, interessiert sich für... Ja. Kosmischen Stuff. Hier und her. Wir gehen mal weiter. Real Talk, das Spiel könntest du... Also, ich könnte dieses Spiel einfach in diesem Haus schon allein eine Stunde strecken. Wie lange dauert das Game? Ja. Bei mir länger. So, das ist Tyler. Allie. She's gonna be so awkward. Lieber Tyler. Ich weiß, was du jetzt denkst. Ein Brief? Warum so komisch und förmlich? Wieso keine E-Mail? Tja, ich dachte mir für ein Hey-Bruder-Herz. Sie sind Brüder. Ich wusste es. Ich wollte mich nur mal eben melden, bevor wir uns wiedersehen, nachdem du zehn Jahre im Jugendknast warst. Was? Er war im Knast? Für Notwehr? Als Ob. Stell dir mal vor, deine Mutter will dich erschießen. Du tötest... Okay, welcher casual Neunjährige? Tötet er eben. Aber, ja, warte mal, du kommst... Wahrscheinlich kommst du als Neunjähriger einfach so zehn Jahre in den Knast, so. Dann hat er vielleicht jetzt... Hä? Warte mal, wie kannst du denn... Der ist doch nicht mal 20 gefühlt. Wie kannst du denn schon zehn Jahre im Knast gewesen sein? Im Jugendknast. Okay, aber auf jeden Fall ist er wohl jetzt wahrscheinlich gerade aus dem Knast rausgekommen. Interessant. Wäre ein Brief passender. Wie auch immer. Du wirst mir dankbar sein, wenn du 90 bist. Die Maschinen, die Weltherrschaft... Wenn du 90 bist, die Maschinen, die Weltherrschaft an sich gerissen haben und du noch... Und du noch was hast, das du bei Kerzenschein lesen kannst, siehst du? Ich plane voraus. Tja, ich kann kaum glauben, dass du in ein paar Wochen wirklich draußen bist. Was geht? Das ist so cool. Ich werde bestimmt total verkrampft sein, wenn wir uns sehen. Aber versuche das bitte zu ignorieren, okay? Wie war dein letzter Monat? Bist du traurig, dass du deine Schützlinge verlässt? Sie werden dich bestimmt vermissen. Probably. Ich habe neue Reifen anbringen lassen. Bin also bestens vorbereitet, um dich abzuholen. Und spar dir abfällige Bemerkungen, wenn du meine Karre siehst. Sie hat einiges erlebt und es kann nicht jeder ein Autofreak sein. Die Wechis... Wir wissen sogar aus ihrem Raum, wer die Wechis sind. Das sind irgendwelche reichen Investoren, die in die Schule... Also Politiker haben mir den Tag freigegeben. Achso, ihre Arbeitgeber? Aha. Wir können also direkt zum alten Haus fahren und es für den Verkauf vorbereiten. Sie wollen das Haus verkaufen. Naja, Jung und Kohle, ne? Ich kann kaum erwarten, nie wieder über diesen Ort nachdenken zu müssen. Verständlich. Ich freue mich wirklich darauf, dich zu sehen, nur damit das klar ist. Drück dich, Alison. Ohne Mist, ich sage euch eine Sache. Story bis jetzt, sehr nice. Geiles Setting. Zwei Geschwister voneinander getrennt. Treffen sich wieder bei ihrem alten Elternhaus, wo ihre Mutter erstochen wurde vom Sohn. Von ihrem Bruder. Sehr interessant, was dort alles passieren wird. Es ist auch für mich ein guter Grund gegeben, weswegen sie dorthin zurückgehen, um halt dieses Ding zu verkaufen. Erinnert mich ein bisschen an den Suicide of Dings. Ihr wisst, welches Storygame wir letztens gespielt haben. Sehr, sehr gutes Setting. Also finde ich bis jetzt sehr, sehr gut. Aber interessant, dass er auf jeden Fall im Knast war zehn Jahre. Das musst du erst mal hinbekommen. Manches Stream 8. Ich kann kaum glauben. Bro, du willst mir aber jetzt nicht erzählen, dass das hier der Jugendknast ist, oder? Also wenn das hier ein Jugendknast ist, Brudi, dann, ähm, ja, dann werde ich auf jeden Fall auch mal gucken. Bruder, sorry, ne? Aber, ja gut, wir sind in 2015, aber der Sidecut. Naja, okay. Gut, können wir mal sein Zimmer analysieren. Er ist schon raus. Ja, ich hab schon mitbekommen. Was haben wir denn hier? Einen Brief? Die Jeansjacke. Hey Aaron, du weißt ja, Briefe sind nicht meine Stärke, aber du warst der beste Tutor, den ich... Tutor? Den sich ein gefährdeter, aber reformierbarer, haha, Jugendlicher wünschen könnte. Also hat er im Jugendknast unterrichtet oder so, weil er schon einer der Älteren war? Danke, dass du... Warte mal. Achso, dann ist das halt wirklich ein Jugendknast, wo so 10-Jährige reinkommen? Bruder, was für Jugendknast... Bruder, was für... Was ist in den USA los? Als ob man in den USA als 10-Jähriger in den Knast gehen kann. Und als ob du dann so mit so 17 oder so dann einfach so auf einmal Tutor wirst. Gibt's auch in Deutschland. Hm. Danke, dass du für mich da warst. Du hast mir mehr geholfen, als du denkst. Ich werde versuchen, das Beste daraus zu machen, wenn ich aus Fireweed raus bin. Überleben heißt rebellieren. Danke, Kumpel. Tyler. Oder kannst du dich bitte einfach richtig auf den... Auf den Linien schreiben oder so? Mann, coole Jeansjacke, Alter. So, noch ein paar Klamotten 2015. Was ist hier so drauf? Testes... Testo... Oh. Und dann am... Was ist am 27. Ein RTX-Placement oder was? Okay, also... Du, viermal im Monat Testo. Alright, dann noch ein paar Fishies. Interessant. Schrank ist leergeräumt. Obvious. Was haben wir hier unten? Okay. Nimm mich. Dieser Karton voll Müll schätzen gehört jetzt dir. Dem rechtmäßigen Finder. Ja, hä? Und? Ich will wissen, was da drin ist. Oder lässt er das... Lässt er das zurück? Digga, seine Stimme passt. Null. WTF. Oh, wer ist die denn? Aquentin Bebolino. Fire in the hole. Du bleibst hier. Educate the Youngsters in Klassik-Cinema. Okay. Celebrate, educate, unite. Feiern, aufklären, zusammenhalten. Transvisibility, marching you now. You now. 31 März 2014, 17.30. Bis spät abends. Organisiert von Johnaband... Okay, alles klar. Bye, Herbert. Okay. Songs of Innocence. I know most of these by heart at this point. Wish I could have finished this before I left. But God, it was a slog. Kannst du da mitnehmen. Man, I'm gonna miss that view. Digga, das ist halt eine insane view, ne? Das ist halt Wahnsinn. Man, he's going places. And I'll be able to say, I helped him on his way. Kunstausstellung von Schülern des Fireweed Youth Center in Grindhouse. Tyler Ronan, 20, bringt jungen Künstler in lokalen Top-Veranstaltungsort. Life is Strange, Anspielung mit dem leuchtenden Buch. Mit, ähm, mit dem Leuchtturm-Buch. Okay, sorry. Also, wow, ihr seht ja richtig wild. Ja, also, so krass achte ich jetzt auch noch nicht drauf. So, was haben wir hier? Hm. Is there any way I can? Nah. That's someone else's problem now. Noch zu erledigen. Tutor-Aufgaben. Paris mit Motivationsschreiben fürs College helfen bis zum Wochenende. Dr. Beck anrufen wegen Tutorsitzungen mit Jeremy. Aaron treffen wegen gar... Ich... Wie soll ich... Ich nenne ihn Aaron, oder? Wir sind jetzt ein bisschen international unterwegs. Ist schon ein Aaron, oder? Ich nenne jetzt ein Aaron. Luis, danke dir für den Verstiegenden Sub. Viel, viel Dank. Ist eher ein Aaron, oder? Wir sind schon ein bisschen international unterwegs. Aaron, yeah. Äh, Papierkram vorbereiten für Flucht W2 und Brief 2. November. Irgendwas für Allison. Hm, der letzte Punkt. Guck mal, bei ihr... Bei ihr war der erste Punkt direkt ein Gift. Auch wenn das Geschenk vielleicht jetzt nicht so fantastisch ist oder so, aber... Hm, der letzte Punkt hier. Irgendwas. Vor allem ist es nochmal so extra so ein bisschen abwerten, ne? Ja, es geht um ein Geschenk, kein Gift. Aha. So, was haben wir hier noch? The Dark Ark of Destiny. Ey, ich will ehrlich nicht so dumm rüberkommen oder so, ne? Also, ich weiß, guck mal. Ich mach mir immer noch Gedanken über dieses Jugendknast-Thema. Das ist glücklicherweise eine Sache, über die ich mir nie in meinem Leben so viele Gedanken machen musste. Also, ich weiß zum Beispiel, dass du richtig strah... Also... Erklärt mir das mal ganz kurz. Du kannst rein theoretisch als 9- oder 10-Jähriger in den Jugendknast kommen. Also, erklärt mir das mal bitte. Also, ich hab halt wirklich keine Ahnung. Das ist sowas... Also, eher ist es so ein Heim für schwer Erziehbare. Also, ich glaub, man denkt an was Falsches, wenn man Jugendknast hört, oder? Das Knastwort macht einen irgendwie... Es ist halt eher so, ja, okay, Heim für schwer Erziehbare, oder so. Ab 14. Aber wenn er jetzt 10 Jahre dort gewesen sein soll, dann muss er ja mindestens 24 sein. Aber kann schon sein, wenn sie jetzt 22 ist, und er ist meinetwegen jetzt... Er ist älter. USA ab 7. Aber als ob man in den USA... Also, gut. Ja, okay, also... Ja, gut. Pro this game, dank dir für den 5-Motor-Resub. Ja, aber okay, also wir wissen ja jetzt auch noch nicht, was mit dem Vater ist. Anscheinend, die Mutter ist ja dann... Tod. Und wenn es eben keine anderen Erziehungsberechtigten dann halt gibt, oder irgendwie keine Familie, oder was auch immer... Dann kommst du halt in... Naja. Ich bin jetzt auch... Aaron ist ja... Er ist halt Tyler, nicht Aaron. WDF. So, okay. Also er scheint auf jeden Fall auch der... Der Tutor, der Mentor, der Älteste oder so dazu sein. Und... Scheine auf jeden Fall mehr oder weniger auch auf jeden Fall respected zu werden. Jason, danke für den 11-Motor-Resub. Moin Meister, Props für die allgemeine starke Arbeit, die du ablieferst. Hoffe, es geht dir gut und alles Gute für die Zukunft. Vielen Dank. Ja, ich danke dir. So, haben wir noch irgendwas zum Anzugucken? Noch ein bisschen hier die Wäschekammer. Den Brief haben wir gelesen. Gut. Also, die beiden Geschwister treffen sich auf jeden Fall, um eben beim Elternhaus am Start zu sein. Und, ähm... Ja, als ob wir 24... Nein, Mann. Keine Ahnung. 24 klingt für mich irgendwie so alt und dann realisiere ich... Oh mein Gott. Scheiße. Gut. Ja, das Wiedersehen. Auf geht's. Ah, da war ja was. Wir haben alles angeguckt, bis auf die eigentliche Aufgabe. Und sie hatte aber auch... Sie hatte aber auch, ähm... So eine Figur ja auch in der Box. Sie haben beide so eine Box... ...gehabt. Sie hatte da die Schlüssel drin. Vielleicht hat er jetzt da auch noch. Können wir da auch noch reingucken? Neue Sammelkarten. Okay. Cool. Ich glaube, ich bin jetzt total bereit, um zu gehen. Okay. Also, ein dünnes Gepäck. Wir haben Tomorrow's for a reason. Deep. Wand-Tattoos generell. Dieb. Ja, wir haben uns aber auch komplett ver... Also... Hm, was denn das jetzt? Also, das war jetzt nicht das beste Geschenk, aber... Also, wegwerfen muss man es ja trotzdem nicht. Also, das war's. Danke. Ja. Das war's. Nein, Eint-Tattoos. Ja. Hallo, Tyler. Hallo. Was soll sie denn noch sagen? Oh, habe ich Zeit? Das Essen, die Leute, also wir müssen ja obvious die Leute sagen, als ob wir das Essen vermissen. Die Leute. Die Leute, die anderen Residenz, meine Mentee, meine Künstler, Aaron. Es dauert mir ein bisschen Zeit, aber als ich das habe, es fühlt sich wie home. Es macht mich sicher, sicher genug zu sein, zu sein. Das ist so großartig. Ich bin wirklich glücklich für dich. Wir planen zu fahren zu Delos Crossing oder push? Du bist willkommen zu gehen. Nein, ich nehme meine Chancen. Ich brauche noch einen letzten Blick oder was? Schaut. Let's go. Wirkt noch so ein bisschen distanziert, ne? Aber... Wie soll man sich auch verhalten? Aber ich muss ehrlich sagen, also für so einen Jugendknast sieht es da jetzt gerade nicht so... Oh, also... Sein Zimmer sah da jetzt auch nicht so schlecht aus. Ja, wenn du die Hälfte... Nein, wirklich. Ich bin 100% nicht kreativ genug zu machen, um diese Dinge zu machen. Oh, und letzte Woche, sie mussten die Fähre aufbauen, weil ein Bär aufbauen war. Kein Weg. 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 Bag limits, inhumane ground traps. Even bringing back hibernation hunting. What kind of asshole gets off on killing a sleeping animal? I'm not against hunting, but predators play a vital role in the health of our natural parks. What? Why are you smiling? I'm being serious. Oh, I can tell, Ranger Tyler. Not yet, but at least I got the school part out of the way. I can't believe you've got a bachelor's already. While I, both have completed certificate in accounting from an online college that may have stolen my credit card number. You'll figure out what you want. You have time. How are you feeling? Like I'm about to drive straight into a whiteout and my fog lights are dead. Die Grafik ist echt sehr gut. Oh. Das ist halt wirklich, das sind halt komplett neue Elemente. What about you? Allison? Well, I'm zoned out there for a second. Sorry. What's that? I'm sorry, I'm just trying to wrap my head around the fact that you're right here. Standing beside me. You're on our way to Delos. Bro, you don't have to apologize. It's a lot. Why did we take the ferry instead of the coast road? Because I didn't want to be stuck in the car with you for an extra two hours. Ha ha. We have to take the ferry. It's the only way to reach Delos from Fireweed. I see. Well, good. I don't think my stomach could have taken two more hours of how you handle curves. I'm sorry. Do you want to take over driving when we dock? No. You're going to have to get back behind that wheel at some point, you know. Well, look, I put a fireweed van nose first in a ditch. Hey, at least you missed the porcupine. I'm guessing things haven't changed much. You mean in Delos? Still the capital of East Jesus nowhere. Can't wait to get out of here. Was it really that bad? Pretty much. But it could definitely have been worse. Like if you'd been tucked away in a center for troubled youth? Right. At least you had Michael. Yeah. I don't think I'd have survived high school without him. Bet you're going to miss him when you move to Juno. How's he doing? Good. Good, good. I'm glad I haven't seen him much outside of work lately. He's been busy with his dance and helping his clan organize a potlatch. Is that smoke coming out of Stonehouse? Guess someone finally bought that old shack. That or the ghosts are cozying up by the fire. Think the new owners? No, it's totally haunted. I'm sure Tina did her best to keep them from figuring it out. At least until the paperwork was signed. Ugh. That house always gave me the crepes. Those windows are like huge gawking eyes. But... Do you think people talk about powerhouse this way? Probably. Voll schön gemacht. She fucked me. So, we're really going back there, huh? To Stonehouse? I mean, we're going home. Yeah. Yeah, we are. Think the house will sell? No interested buyers yet. Turns out, people don't line up to buy murder houses with no electricity. At least it's got one hell of a view. Unlike Juno. Hey, Juno has mountain views aplenty. It just also has people and fun. You still thinking you might be my roomie? I'm thinking about it. Hey, can I ask you a question? Claude? I was told... Um, I mean, after you, well, graduated, I guess, and became a mentor three years ago, you still basically spent all your time at Fireweed, right? Pretty much. There were a few times I tried to go to these meetups for trans people in Juno, but something always came up. I probably should have put myself out there more, but... It was better to be around, in case the residents needed me. So you were free to come and go as you pleased? Yeah. Why do you ask? Oh, nothing. Just being an overly invested sister. Curious, how you spent your time. Hmm. Ich hab mir erst gedacht, dass die Gegend ein bisschen... eher unheimlich wirkt oder so, aber das ist echt einfach nur schön. Allison? Ja? Spit es aus. Okay. You need to promise not to freak out. What is it? Hmm? It's a gift. From Eddie. I know he's not your favorite person, but... I'm sorry. When you said Eddie, I thought you meant Chief Brown, as in the police officer who arrested me. Come on, Ty, don't... And your adopted father, the man who didn't let you visit me for seven years. The Fireweed administration backed him up, Tyler. I thought it was best for both of us. Yeah, well, it wasn't. It's a peace offering. And you're the two most important people in my life. Welcher Eddie ist jetzt gemeint? Please. For me? He can't buy my forgiveness with some cheap-ass Trinkets. It's a gift, Tyler. You know what gift giving means in Tlingit culture. And what it means to refuse one. Sein Vater? Der Stiefvater war der Officer. Oh, ich hab ein bisschen zu hören. Okay, danke dir für den Donate. Dankeschön. Also, warte mal ganz kurz. Also, Nummer zur... ähm... Generalorientierung. Pass auf, wir haben am Anfang die Sequenz gesehen. Da war er mit dem Pull-Officer. Und er hatte jetzt sozusagen Eddie als einmal... Okay, Eddie, die ist der Officer, der mich festgenommen hatte. Oder eben der Stiefvater. Also, hat er gesagt, der dir verboten hatte, mich sieben Jahre zu besuchen? Hatte er das gesagt, dass er, der Stiefvater, es ihr verboten hatte? I love Deng... I love Dengit, ihr findet Fimo Dries ab. Ähm... Der Polizist ist der spätere Stiefvater von ihr. Okay, also... Sind das Stepsisters. Äh, Step... Step... Step-Geschwister, meine ich. Und seine leibliche Mutter hat er umgebracht. Und der leibliche Vater von ihr... Ist eben der Polizist, der sie halt, äh... Festgenommen hat. Nein? Der Adoptivvater... Nur sie wurde adoptiert. Ach so... Oder was jetzt? Der... Ah, so... Okay, also... War das Setting zuvor, dass sie... Zu zweit nur bei der Mutter allein gelebt haben, oder was? Und von dem leiblichen Vater wissen wir gar nichts. Sorry, falls ich ein bisschen länger auf dem Schlauch stehe. Okay. Also, zum jetzigen Zeitpunkt wissen wir noch nichts. Und da eben die Mutter dann tot war, hat Eddie, sprich der Polizist, der Vater hat gesagt, okay, komm, ähm, ich nehme dich auf zu Alison und hat sie halt adoptiert. Okay. Also ist da halt auch gar kein... Logischerweise ist dementsprechend auch der Draht zwischen dem Adoptivvater Eddie und Tyler eben nicht so gut. Obvious, weil das halt auch gar kein familiäres Gefühl ist. Ich verstehe. Dann sag ich auch, das kann ich nicht annehmen. Erstmal. Ich kann das nicht akzeptieren. Ich bin jetzt nicht da noch. Okay. Du kannst darüber reden, dass du das für den Rest des Tages, oder was? Ich hoffe, dass du einen Effort machen kannst. Das ist alles. Ein Effort? Es ist ein Effort, nicht zu etwas schlafen, wenn du seinen Namen sagst. Kannst du ihn einfach einen Rückenkontieren? Er macht das, was er konnte, mit einer wirklich schütten Situation. Ganz kurz, ich muss mich ganz kurz einmischen. Ich muss ehrlich sagen, also ich, normalerweise würde ich jetzt sagen, ich würde echt eher versuchen zu schlichten und echt einzulenken, aber das ist halt wirklich scheiße. Du kannst doch nicht sagen, hey hier, komm, nimm mal den Ring und schenk ihm Tyler. Weil, so, keine Ahnung, Ben, kannst du dich doch bitte persönlich bei ihm entschuldigen und weiß ich nicht, was sagen. So, ist doch jetzt echt ein bisschen low. So, hier, ja, gib ihm mal den Ring. Also, finde ich jetzt ehrlich nicht so cool. Weini, danke für den Zweier. Weini, danke für den Zweier. Ja, war ja vielleicht mal eine Frau, wurde jetzt schon über Trans-Sachen gesprochen und er nimmt immer die Woche Testosteron. Ja, das hat sich bei mir jetzt auch erst ein bisschen später schlossen. Also, aber ja, kann gut sein. Aber wie gesagt, das spielt er jetzt auch kein, wie gesagt, ist ein Geschwister. Was ist das mit so einem? Did you hear that? Whoa. Wahrscheinlich sind der. So, I'm a jerk. You just always need to have the last word. In other words, a jerk. I didn't need to dig in like that. I'm sorry. I'm sorry too. I just hoped we could wrap everything up with a grand gesture and move on to our perfectly normal lives. Es geht doch nicht so schnell. WTF? Zehn Jahre nicht sehen und einfach direkt... This isn't normal. Still your brother? Still your sister. Would it ruin the moment if I said I needed to call home? Uh, yes. Completely. Sorry. Go ahead and stop apologizing all the time. Okay, sorry. Thanks. Ich würde jetzt auf jeden Fall sagen, dass er älter ist. Also auch allein nur so vom Verhalten und generell wie er mit ihr redet. Man, 17. Das war am Anfang nur reine Vermutung. Hier ist mein Sport. Check mein Sixpack. Scheint ein Jäger zu sein, oder? Also, na, wobei, das könnte schon Alaska-mäßig normal sein. Oh, ich will mal zuhören. Ich will wissen, was Alice sagt. You planning to land a moose with that? Good eye. We'll draw on a bull tag on this way. You got your license and tag on you? Why, yes, officer. Everything's in order. You hunt? Ich glaube, wir müssen dem Typ nicht alles anvertrauen. Wirkt jetzt nicht so vertrauenswürdig. Wie gruselig kann meine Stimme klingen. Most people I know never good on. I'm Alex, by the way. Alex Gershwin. No relation. Huh? To George Gershwin? Um. Gershwin, the pianist. Folks are always asking if you're related, so I try to hit it off fast. Um. What did you say your name was? Just call me Tyler. All right. Good to meet you, Tyler. Likewise, sir. I'll see you around town. Yes. Jetzt haben wir das Telefonat verpasst, was sie eben hatte. Mit dem Adoptivvater. Was haben wir denn hier so? Deneli Expeditionen Alaskas Kronio wir entdecken. Okay. Einführung. Igelkraftwurz-Tee. Igelkraftwurz-Tee? Herstellen. Unser Leben, unsere Community, unser Kulturprogramm. Gesponsert von der HUNA Heritage Foundation. Lerne, wie du Igelkraftwurz erntest und zu Tee verarbeitest. Jetzt anmelden. Bla, bla, bla. Nur 20 Teile mehr pro Kurs. Okay. Ein bisschen Werbung. Jetzt geöffnet. Dewdrop in Benham Breakfast. 258 Barrel Street. Hobart Cove AK. Das Haus bietet eine begehbare Kühlzelle und Platz für die Fahrer. Arbeitung von Wild und Fisch. Ideal für Jäger. Wurde auch schon gut Besuch anscheinend. Biete 5 Meter Kanu. Stabiler und robuster Glasfaserrumpf. Heckspiegel für 5 PS Außenborder. 500 Dollar. Keine Verhandelbasis inklusive Paddel, Anruf oder SMS. Nein, das ist kein Horrorspiel. Schützt unsere Heimat. Wir haben keine andere. To erstmal jagen gehen. Die Linke Tanzperformance. Ge-Wixi-Xey ist eine Tanzgruppe, die unsere Community, Herkunft und Tradition zelebriert. Wir laden euch ein, gemeinsam mit uns zu trommeln, wie zu singen und zu tanzen. Kommt und feiert mit unserer Kultur. Datum Montag 16. November 2015, Uhrzeit 18 Uhr. Orte Dallas Crossing Community Theater. Öffentlich. Veranstaltung eintritt frei. Ja, jetzt, ob ihr den Namen jetzt richtig ausgesprochen hättet. Winterwald, der Gastineau-Winterformel. Gastineau-Highschool. Oh, unter dem Meer. Okay. Interessant. Oh, ich glaube, Meer konnten wir uns auch eh nicht angucken, oder? Oh, ich glaube, Meer river sich nicht angucken, von mir oder sonst knacken. Wenn du gotst, dann gehen einfach mal auf und falden. Dann sind sie ja bestimmt bald da. Boah, ich bin echt gespannt, was da jetzt alles so passiert und was für Storys nochmal so hochkommen. Also so eine leichte Spannung gibt es ja. Anscheinend allein ja auch wegen dem Adoptivvater. Das ist ja auch super traumatisch. Das kann man, glaube ich, auch nicht so wirklich nachempfinden. Die Grafik ist wirklich sehr, sehr schön. Das ist echt toll. Sie fragen so viel, ob es ein Horrorgame ist. Naja, also viele haben halt nicht so Lust, Horrorgames zu schauen. Naja. Verlassen. Wow. Es ist quasi genau wie ich erinnere es. Nur... ...fade. Wie ein Polaroid leften auf einer Wundersell. Von der outside, es almost sieht charmant. Charm ist nicht der Problem. Struktural Integrität ist vielleicht ein Problem. Sie denken, dass es eine Chance, die jemand kaufen will... ...müß es einfach... ...tear es auf? Wenn jemand es kaufen kann, kann es alles machen. Sie würden nicht alle interessieren? Würdest du? Natürlich. Woher ich mir, ich sehe eine Karte von einer unserer Spannung. Woher ich mir, ich sehe einfach sie. Ja, ich habe jetzt gerade jemanden gesehen, der geschrieben hat, er hat nach 10 Jahren immer noch so gut erhalten. Also so gut erhalten sieht das jetzt auch nicht aus, ehrlich gesagt. Ja, also ich muss ehrlich sagen, wir gucken uns erstmal außen ein bisschen alles an. Also ich muss sagen, schwierig zu beurteilen. Aber mit der Aussicht oder mit der Lage, generell Alaska weiß ich nicht schwierig und so zu sagen, aber ich denke schon, dass da auf jeden Fall Leute, die sich gerade zur Ruhe setzen wollen oder irgendwie ihre Ruhe haben wollen, das kann schon immer gut Geld bringen. Aber für so ein Leben musst du auch gemacht sein. Wir gucken mal, hier anscheinend ein alter Sandkasten. Da steht Allison. Wir gucken mal. Wir gucken uns nochmal das genau an. Ich habe euch ja mal von meinem Opa erzählt, der Vogelhäuser aus den verrücktesten Konstruktionen baut, der tatsächlich ein Haus, also ein Vogelhaus komplett aus Eisstielen, also er hat das komplette Vogelhaus aus Eisstielen zusammen verkleidet. Was hat er da letztens gebaut? Er hat letztens ein Vogelhaus aus alten Zollstöckern gemacht. Also er hat diese einzelnen Elemente eben so rund verkleidet um ein Vogelhaus herum. Und er hat auch eins mal aus so Korken gemacht. Und auch aus Bierdeckeln und so. Er ist da also richtig crazy drauf. Aber ist halt voll cool. Also mit den Zollstöckern ist halt schon fast das Coolste. Ja, aber das sind so, das ist so mein Opa, der könnte, also würde nicht viele machen, aber der würde halt auch einfach einen Eisstieler auf dem Boden rumlaufen und den einfach aufsammeln. Sieht schicke aus. Hey, unsere Garage ist, by the way, auch, also, wir kriegen unsere Garage nicht mehr auf. Das Schloss ist, glaube ich, kaputt. Was? So, es geht ja jetzt obvious um die Mutter. Ist auch interessant, so der Blickwinkel. Wir gucken halt so über die Schulter, ne? Was ist das da? Was haben wir hier? Ein altes Bike. War die Mutter ein bisschen knauserig, oder was? Oder vielleicht einfach nicht... Möglichkeiten. Oh, ein bisschen... Kompost. Kommt bestimmt gleich Bummel raus. Was hast du gefunden? Unser hidden treasure? Seriously? Wie denken wir, die Stasche da ist? Goblins-Sekreste sind immer gut gehalten. Was hast du gefunden? Unser hidden treasure? Seriously? Oha! Sorry, privaten Anlegeplatz, oder? Noch ein Bootshaus. Also, wenn das jetzt noch dazu gehört, dann ist ja krass. Können wir hier? Oder ist hier eine unsichtbare Wand? Ähm... Nintendo hat eigentlich die von zweimal als Reset. Das sieht aber auf jeden Fall noch aus, als wenn hier... ...nur vor kurzem jemand war. Ja, also die Terrasse draußen, das ist schon echt... Das ist schon schön. Es ist ein bisschen früh, um zu versuchen zu crossen das lake zu crossen. Oh... Ich weiß, ob es noch immer noch gibt es in der lake. Uncle Eddie taught uns zu crossen hier. Du noch fisch? Nein. Du? Every Sunday morning. Once, ich konnte Fireweed, natürlich. Alone? Total. At first, es macht mich verrückt. Und dann, ich habe mich wirklich gefühlt. Es war sehr, 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 sehr. Really? Ja, you know. The lake, the water, the sky, me, just a speck in the middle of it all. A speck? With a split? Always. Hmhm. The lake isn't completely frozen here yet. Ja, ähm... Was haben wir hier noch? I still can't believe I convinced you to climb that raggedy ash tree with me. Yeah, not happening a second time. Oh, come on. I was the one who fell out. And then I had to walk all the way to Delos crossing to get Tessa to drive you to the hospital. I was fine. You had a concussion. Is die Mutter Marianne, oder was? She flipped out. When she finally got back from bartering for socks or whatever. Tessa was so mad, she wouldn't even talk to her. At least we don't have any use for this right now. Luckily. Remember the snowstorm in 2004? Marianne had us digging for hours. I remember she made it a game at least. That's right. We made tunnels to escape the ice troll. I handed to her. She could make us do anything if she turned it into a goblin tail. I think we can do anything if we can do anything if we can do anything. or what? The ice doll. I think she had the money for solar panels. I think she had the money for solar panels. In Alaska. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Lea, thank you for your attention. Willkommen zurück. Okay. Okay, tut mir leid. Es ist keine Rohrgäme. Als ob es jetzt auch offen ist. Are you sure that's the right key? Yes. Maybe someone changed the lock. Who would change the lock on us? I don't know. We're screwed. You got a plan B? Yeah. We find another way in. I never knew a locked door that could keep the crafty goblins out. Yeah. We had a million ways in and out of this old house. At least one of them's gotta work. Tja, vielleicht eventuell hinten über die Terrasse. Das ist ja jetzt nicht so, dass sie kommen. The crafty goblins. I haven't thought about them in forever. Or should I say, us. We almost spend more time as goblins than we did as kids. Oh, do you remember all the other characters? The moon hag, the ice king, the old bear? Most of them, I think. But the details are fuzzy. Hey, do you know what happened to the book with all the stories? No, no idea. But I'm sure it'll turn up when we clean this place out. Der Bär hat das Schluss ausgetauscht. Ich glaube, das ist nicht so die beste Voraussetzung, wenn du ein Haus verkaufen möchtest. Wenn du nicht den Schlüssel dazu hast. So, was ist hier noch? Ach, hier ist noch eine Tür. Wir können ja nochmal die probieren. Okay. Open Sesame. Let me guess. It's locked. Yep. No, any other secret passwords? Hmm. Honeydew? Das Fenster. Wir sind noch super am Anfang vom Spiel. Achso, ich war ganz schön zusammen. Ich kann ein Fenster brechen. Du weißt, dass die zivilisierte Leute das nicht tun, oder? Oh, also wir sind zivilisiert? Well, vielleicht nicht. Aber wir versuchen dieses Ort zu verkaufen. Und die zivilisierte Fenster sind nicht genau Anwendungen. Okay. Kleines Rätsel. Sorry, ich erst nebenbei einen Apfel. Ich habe noch drei Stücken. Ich weiß nicht. Also ich habe jetzt nicht ganz verstanden, was das jetzt hier für ein Geheimeingang ist oder so. Oder was das hier für ein kleines Versteck ist. Aber vielleicht kommt man irgendwie so in den Keller. Man kommt doch locker hier durch rein. Oder hier. Ein Schraubenzieher. Der könnte ja vermutlich hier zu sehen sein. Okay. Es sollte etwas hier sein, das funktioniert. Ich glaube, Marianne hat uns etwas für uns gebraucht, oder? Ja. Wir müssen trotzdem einen Weg finden, um in den dritten. Und bitte, keine brokenen Fenster. Wir sehen uns. Dr. Doom, danke dir. Was ist passiert? Na gut. Du fühlst das? Nice. And don't leave this room until everything looks as clean as a whistle. Ugh. This is the millionth time I've gotten in trouble because of you. You and your big mouth. Hey, you were thinking the same thing. You just weren't brave enough to tell her. What good would it do? It's not like she ever listens to us anyway. Well, I'd rather scream it right in her stupid face than be a quiet little mouse. Oh, we forgot the key. We need to put it back. Maybe we could hide it somewhere. You know, for fun. Goblins are supposed to help the princess, not play mean tricks. Whatever, you're not fun. I'm only trying not to make her even worse. Whoa, did that just happen? I don't know, but I saw it too. It felt like it did when we used to share thoughts, with our voice. It did, but that was a memory of us ten years ago, right? Vaguely remember it happening. I think so. And, uh, that's new, right? Yeah. We could share thoughts and feelings, but we never replayed memories like that. Why would it happen? And why that memory? I don't know. It's pretty eerie. It's weird. But our voice was always a good thing. This could be too. I'm feeling something again. Near the barn. Yeah. Me too. Yeah. Then merkt man noch ein bisschen die eventuell mysteriöse Kraft. Ein ganz, ganz, ganz großes Dankeschön an Carl für den Host. Küsschen. Vielen, vielen Dank. Also, Dankeschön für den, äh, für den, für den Host. Und ich hoffe, ihr hättet einen schönen Streamer, Carl. Ähm. Ist gerade halt, wir zocken gerade, ähm. Tell me why, das ist halt ein Storygame von den Machern von Life is Strange. Das ist noch nicht so lange draußen. Und wir sind ja gerade so ein bisschen so im Storygame-Modus. Und das ist halt voll das, ähm. Ja, bis jetzt, ja, ist das ja ein schönes Storygame. Aber es ist halt ein bisschen, es ist halt ein bisschen deep, ein bisschen ernster und so. Deswegen ist es halt ein bisschen ein anderes Feeling. Ja, stimmt. Heute war, ähm, Dings, ne? Äh, Twitch Rivals in, ähm. In, 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 in Fall Guys. Hab schon gelesen. Platz 3 ist doch übergut, oder? Also, ich hab gehört, wenn man Platz 3 bei Twitch Rivals wird, das ist schon eine sehr gute Leistung. Hab ich mir sagen lassen. Geht's das auf jeden Fall? War richtig gut. Ja, kann ich mir vorstellen, Alter. Vor allem sind das ja Public Lobbys gewesen. Ne, stark, Mann. Geht's das? Und Lucky Lacks danke ich auch für 10 Monate. Wir müssen jetzt ein bisschen weitermachen. Also, Karl, vielen, vielen Dank. Also. Geht's das jetzt? Ich komme, ich komme. Was? Stopp' zu schulken. Ich habe schon gesagt, ich bin sorry. Nein, du bist nicht. Okay, ich glaube, du willst nicht sehen, was ich in der Schmuck-Rumse? Was? Nein, ich will sehen. Ich glaube, wir wissen, wo wir suchen. Wir müssen nur wissen, welcher ist der Silent Frog. Also, welcher von dir ist der Key? Ich finde, die sehen nicht irgendwie cool aus. Ich glaube, der sieht Silent aus. Wow. Ich wette, man macht immer zwei zuerst falsch. Okay, ne, Moment. Ah. Okay, okay, sorry. Nice job, keep my secret body. So, dann holen wir uns mal den Schrauben. Dreher. Vogelfutter. Das ist jetzt nicht so nice. So, gibt es noch etwas, was wir hier machen können? Nope. Ich glaube, das Spiel möchte auch mal, dass wir vielleicht einfach mal in der Story vorangehen. Können wir eventuell das Vogelfutter zu den Vögeln hin machen? Guck mal. Gemerkt. So, das ist das, was du das hier wirklich zu sehen? Vielen Dank für dich! Alle zusammen. Du hast noch nicht so viel Verpasst, Nathan. Ich bin auch ein bisschen doof. Klar, wir wollten ja den... Warte mal, wir brauchten den Screwdriver, um... Ja, ich weiß, wo wir hin müssen. Hier. Alles gut, ich kann doch auch hier lang laufen. Gut, dass du aufpasst. Oh mein Gott, so als ob... Ich pass auf. Als hätte er es jetzt nicht direkt durchtreten können. Oh, ich weiß nicht. Oh, ich weiß nicht. Boah, sowas ist halt Rudy Talk ein Paradies für Kinder, ne? So richtig schön geheim Verstecke. Also doch Horror-Game. Okay, tut mir leid, oder? Krankes Horror-Game. Oh, ich weiß nicht. Oh, ich weiß nicht. Oh, ich weiß nicht. Ich habe nur in meinem Kopf, wie ein Idiot. Warte, was? Wo bist du? Ty? Ich bin außerhalb. Aber ich kann dich hören in meinem Kopf. Bitte. Ich glaube, so. Dragons. Straight ahead. Ich glaube, ich muss nach links gehen, ich glaube. Und nur ein Dank-Tier für drei Monate. Ich will trotzdem gucken, was hier ist. Du bist richtig. Nichts hier. Natürlich war ich. Kobold. Da will man einmal schon die falsche Richtung gehen. Wow. Ich kann nicht sagen, dass ich dich wieder erwartet habe. Es ist ein langer Zeit, Mann. Oh. So alten Kuscheltieren werde ich ein bisschen schwach. Wahrscheinlich ist das so gut erhalten. Ein mega-unrealistisches Spiel. Wer ist er? Na, Leute. Toll, dass ich nicht einfach den Weg so nehme. Ich will halt nochmal ein bisschen gucken. Oh. Du bist richtig, sieg. Natürlich. Ein Goblin nie vergessen, wo sie staschen ihre Träger. Naughty pink. Es immer hat sich zu sein. Ich habe ihre alte Kutte. Ich glaube, ihre Wings hat mich gehalten, doch. Rest in peace, Brave Bird. Marianne hat uns über alle diese Missing Dischung gehalten. Aber ein Goblin niemals gibt es ihre Träger. Da war eine Tür über dir. Ah. Du hast die Hedge an. Leute, chill. Ja, hab ich gesehen. 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 Ja, auch hier. Also, kommen in, oder was? Ja, hab ich gesehen. 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 Phil, ja, hab ich gesehen. Ja, hab ich gesehen. Ja, hab ich gegeben. Ja. Okay, also die Mutter schien auf jeden Fall sehr, ähm, ja, viele Sachen self-made, so die ganzen Produkte so zu machen. Und eben auch auf bis dato so Umwelt, oder? Dass die da auch ganz schön drauf achtet. Ich muss ehrlich sagen, also, Badezimmer sieht nicht so schön aus. Also auch mit diesen grünen Ablagen und so. Die Tapete ist jetzt auch nicht so ein Traum. Wir bleiben aber noch im Erdgeschoss. Die Küche. Jeder kann sich was Besseres leisten. Ja, okay. Oh, der Kühlschrank voll voll weg. Was ist mit der Mom passiert, war am Anfang noch nicht da. Ja, also, Tyler hier hat die halt umgebracht. Die Koblenz. Die Koblenz. Thomas, danke dir auch für 13 Monate. Vielen, vielen Dank. Ja, also, es war halt an sich Verteidigung. Also, die Mutter wollte halt hier Tyler anscheinend umbringen. So wurde es uns in der ersten Sequenz erklärt oder gezeigt. Also, alles noch ein bisschen rätselhaft, alles. Ich erinnere mich nicht. Das war wahrscheinlich eine von Mariannes unverfüllten Masterpieces. Es gibt zwei davon. Vielleicht waren sie uns. In einem wunderschönen Weg, der nur Marianne zu Marianne macht. So, die Bilder waren auch genauso im Flur. Mit dem Bal. Mit dem Selfie. Wow. Ich bin so verabschiedet für uns. Viele Da Vinci, die wir nicht. Sie saved every drawing we ever did. There's a couple of these in my keep. She took so many pictures. Yeah. Like she had to document every second of our lives. Da auch so eine Zeichnung mit einer Rakete, wieder passend zu Alice auch. Alice, nein. You can keep some of them. If you want. No, thanks. I mean, I like the photos of us. But I don't think I can forget that she was the one aiming the camera. How are you feeling about being back? I thought I knew what to expect, but everything keeps catching me by surprise. My nerves are completely raw. I get it. How about you? You okay? Tja, ist das noch alles ein wenig, ne? Schein zu schätzen. Ja, also wie gesagt, sie war echt ein bisschen knauserig. Entschuldigung. Hallo Mom. Es tut uns leid, dass die Vase kaputt ist. Wir wussten nicht, dass du sie mochtest. Wir müssen besser aufpassen und nicht im Fensterzimmer spielen. Nächstes Mal versuchen wir vernünftiger zu sein. Bitte sei nicht mehr böse auf uns. Mir tut es auch leid. Wir sollten vorsichtiger sein. Ich bin sehr traurig, dass wir dich zum Weinen gebracht haben. Wir sollten lieber draußen spielen. Ich werde Olli bitten, nicht immer so wild zu sein. Wir machen es nie wieder. Tut uns leid. Tja, was sind das da für Zettel? Ja, sie hat gedacht, wir waren gefeiert. Der Nachbarin anscheinend. Ich habe immer lieb, wenn sie übergebracht hat. Sie hat Essen und Schäden gebracht. Sie sind vielleicht nicht so glücklich, dass sie jetzt sehen. Warum sagst du das? Sie ist der Weltseite. Sie ist scherz. Auch bei Della-Standards. Oh. In der Küche lag noch was, denke ich. Hey Leute, nicht vergessen. An die tolle Offline-Chat-Gruppe. Wir sind hier immer noch in einem Livestream und ich bin on. Also nur als kleiner Hinweis an euch. Ich dachte, ich fühle mich mehr vorbereitet, um mit diesem Schäden zu tun zu tun. Nein, ja, hier haben wir noch was. String, glue, duct tape. The Holy Trinity of House Repair. Marianne liebte, dass sie etwas zu verabschieden haben. Was? Ja, well, sie könnte es versuchen, ein bisschen zu verabschieden. Was? Kannst du picture Marianne talking to a shrink? Nein. Und, speaking of... Therapy ist expensive, und ich bin okay. Danke dir für... Danke dir für das. 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 Ich hab gerade eben schon mit meiner Stimme zu kämpfen gehabt. So, da waren wir schon. In der Küche war noch ein Kalender zum angucken. True. Oh. Of course. Hey, sie drew some little hearts here. Oh. What? Mars 7. Oh. Hey, that reminds me. I owe you, like, ten birthday gifts. I think we can let that slide. Okay. Okay. What? You don't want me to buy you presents? You're gonna need your cash to get started. We've got a lifetime for gifts. Okay. But no presents from you either then. Deal. Ralf, danke dir für 2 Euro. Kannst du John Luca alles Gute zum Geburtstag wünschen? Hab ich doch schon längst John Luca. Das weiß ich doch, dass der Geburtstag hat heute. Wenn nicht, dann sag ich nochmal, alles Gute an ihn. Und er läuft mit Donut. Danke ich auch für 26 Monate. Vielen Dank. So, was haben wir hier? Sarah, 16 Uhr abgesagt. Doyle, 11 Uhr abgesagt. Rosa, 15 Uhr. Helen, 17 Uhr abgesagt. Ey, da sind ja 10 Geburtstagsgeschenke. Okay, ich danke dir für 10 verschenkte Kommen. Komm, Judith selbst. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen, vielen Dank. Für den Support. Hoch. Dankeschön. Ich bin sicher, es ist noch da. Ich sollte unser Bett nach oben schauen. Ja, da gehen wir gleich hoch. Aber ich glaube, dass wir hier erstmal nochmal so eine kleine Vision haben. Was? Was? Um, Mom? About me joining the hockey team? Mom? Sorry, what? Not now. Maybe next year. But you promised! Keep whining, and my next year will become never. Can you cut my hair? Your hair is fine. But I want to cut it short. Really short. What? Was? Look, I'm tired and I'm busy. Let's talk about this later. You always say that. Marianne said no to everything. It made me so pissed. She was always on edge those last few months. Yeah, and completely deaf to everything I was telling her I needed. She pretty much always said no to me too. True, but it felt personal with me. Yeah, vor allem Allison spielt ja jetzt auch Eishockey, ne? Dankeschön, Honky. Nochmal für den verschenkten Sub, by the way. Ja, vor allem hat ja auch Tyler unten auch schon gesagt, so, yo, alles musste rosa sein. Dann bloß die Haare nicht kurz schneiden. Bloß nicht Eishockey oder so. So, auf gar keinen Fall irgendwas, was der Mutter halt nicht in ihre Vorstellung vielleicht reingepasst hatte. So, I didn't realize how much I miss the smell of firewood. I miss the cold winter nights curled up here. And the big mugs of hot cocoa. Yeah. Marianne was so tired, she was usually asleep on the couch. Ah, that's why it was so nice. Oh, Marianne. Schnappi, danke dir. That was the one time, when you were ever quiet. We knew she needed to sleep. We all needed to sleep. Och, dankeschön an Emre für fünf Monate. Vielen, vielen Dank. Wir gehen gleich hoch. Keine Sorgen. Leute, wir wollen uns dann natürlich auch alles angucken. Alles kann irgendwie eine wichtige Rolle dafür spielen, um die komplette Story halt auch vollständig zu verstehen. Ich glaube, Al Gore war doch damals, als Bush Präsident wurde, hatte sich doch Bush gegen Al Gore damals durchgesetzt, oder? Und Al Gore war doch immer schon dafür bekannt, dass er, ja, den Planeten retten wollte. Und, ja, und wir sind ja sozusagen, ja, jetzt eh in 2005. Wann wurde denn Obama das erste Mal Präsident? War das 2008? War Bush bis 2008 Präsident? Krass. 2008 ist dann auch schon zwölf Jahre her, ne? Crazy, Alter. Ist nicht Merkel... Seit wann ist Schröder kein Bundeskanzler mehr? Das ist doch auch 2004 oder so, oder? Wann war das... Wann war denn Merkel Schröder? Seit wann ist... 2005, 2004 so, ne? Ich kann mich noch ganz genau dran erinnern, also ich bin ja 1997 geboren und 2002 kam mir dann der Euro. Und ich bin ja, viele von euch sind ja während so einem Währungswechsel von Mark zu Euro so groß geworden. Und ich habe halt damals gedacht, so ist das halt so voll normal, dass eben, dass eben so häufiger eben die Währung einfach gewechselt wird. Ich dachte so, jo, okay, wir haben jetzt diese Währung. Ich dachte so, jo, okay, 2008, 2009 kriegen wir dann eine neue Währung. So als kleiner Junge, so. Ich habe das halt wirklich gedacht. So als ob wir so casually einfach immer wieder die Währung switchen. Kann ich mich noch daran erinnern, ey. So, ich glaube... Ja, Fragezeichen, man, die DDR, die war fünf, so. Oh mein Gott, wie dämlich. Genauso, als ich damals in meiner Insta-Story mein altes Flangenbuch als Vierjähriger oder Fünfjähriger reingepostet habe. Und mir Leute geschrieben haben, dass ich Buchstaben falsch rumgeschrieben habe. So, ey. Oh mein Gott. Echt geiler, Digga. Ich bin sicher, es ist noch da. Ich sollte mehr Flagen als Vierjähriger, als so manch anderer, aber Hauptsache, eh, noch nicht perfekt schreiben können. So ein L-Spiegel verkehrt geschrieben. Und, oh mein Gott. Und da war halt Lettland. Also, vielleicht kennt ihr die Flagge von Lettland. Sorry, ich höre gleich auf. Da war die Flagge von Lettland und Vollfühle schreiben so, yo, das ist Österreich, nicht Lettland. So, ich denke, Digga. So, eine kleine Bude. Und dann scheinen wohl hier die Kinderzimmer gewesen zu sein. Boah, so richtig Deluxe-Spielzimmer hier alles. Ein Schweif aus zwei Schwertern. Boah, das ist cool, ne? Und... Oh, okay. Okay. Genau. Ich glaube, es ist Zeit für die Nostalgie zu machen. Ich glaube, es ist Zeit für die Nostalgie. Schön groß. Sie haben sich selbst das Karten geschrieben. Ich kann den Namen immer nicht richtig aussprechen. Vor allem ich. Wer ist denn jetzt Olli? Na, Olli ist Tyler. Ein kleines Hot Wheel. Ein Hochbad ist schon was cooles. Mh, verständlich. Wie jetzt mit einer allgemeinen Pinkelpause? Ich glaube, du verpasst nicht super viel, wenn du kurz eine Minute weg bist. Also du merkst ja, wie wir spielen. Wir spielen jetzt nicht ultraschnell. Entscheide durch Schere, Steinpapier, wer zuerst geht mit der Gabe der Stimme. Würfele und bewege dich entsprechend der gewürfelten Zahl weiter. Bezahle die Seilbahndame, um auf den Bergbeziehungen hinunterzukommen. Nimm den Rennschlitten, um den Berg herunterzufahren. Wenn du eine einzwürfelst, darfst du noch einmal würfeln. Blibla blub. Ich glaube, es ist jetzt nicht so wichtig, dass wir spielen müssen. Tomli, dann geht ihr für den 6 Monetary Sub. Merci. Sie. So viel für meinen Traum, um ein Hockeystar zu sein. Marianne dachte, Sports waren zu aggressiv, zu kompetitiv und zu grüppig. Huch, Zeichen mal. Wie hast du mich überzeugt, dass du das aufbauen lässt? Das war mein Lieblingsfilm. Nachdem, dann. Wenn du eine Sache hast, ist, dass sie uns die Artistik zu erinnern hat. Sie sollte sich sehen, Eddie's face, wenn ich versucht, seine Auto zu retten. Ja. Ich beteide Uncle Eddie nicht die Artistik zu erinnern. Ich würde lieber ihn, Chief Brown, wenn du ein Arschluss macht. Der Adoptivvater von Allison. Also nur mal so. Randnotiz. Du kannst dir das VOD auch noch angucken. Also ihr könnt euch das VOD morgen auch mal in Ruhe angucken. Also ich lade es nicht auf YouTube hoch, aber man kann sich das jederzeit auch noch mal einsehen. Holy shit. Okay. Ich wollte Ruitalk eigentlich lesen. Ich wollte die Seite zurückblättern. Ich wollte wirklich das Buch eigentlich noch lesen, aber... Mom? Mom? Mom! Mom, wo ist es? Was hast du damit gemacht? Was jetzt? Ich kann nicht finden meine Diary. Ich weiß, du hast es verloren. Gib es zurück. Sweetie. Whatever ich mache, ist es nur für deinen Vorteil. Du hast es gesagt, nicht? Du hast keine Recht, dass du das tun. Ich habe das Recht, dass ich das tun, was ich muss, um zu retten, meine kleine Frau zu retten. Ich bin nicht deine Frau. Ich liebe dich! Du hast immer, meine kleine Frau zu retten. Und egal, wie schwer du mich kämpfst, werde ich mich kämpfst, um zu retten, um zu retten, um zu retten, um zu retten, um zu retten. Ich weiß, wie es das nicht kam, um zu retten, um zu retten, um zu retten, um zu retten, um zu retten. Und zwar war sie bereit, um zu retten, um zu retten, um zu retten, um zu retten, um zu retten. Ich will meine Frau zurück. Sie ist der einzige Ort, wo ich nicht gesehen habe. Okay, aber du musst es, wie, jetzt? Die Frau war wichtig, Allison. Writing down meine Gedanken hat mich zu erinnern, um mich zu erinnern, um zu retten, 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 um zu retten. Dankeschön, Dani, für zwei Minuten. Also, es spricht ja sehr dafür, dass wir jetzt auch so langsam dann auch logischerweise das Motiv dafür wissen, weswegen die Mutter Teile halt erschießen wollte. Aber das ist halt so krass abgefuckt. So, das eigene Kind. Jetzt das Buch lesen, ich glaube, das sind halt einfach eigene, also selbstgeschriebene Geschichten, die jetzt, glaube ich, ehrlich gesagt nicht so für den Storypartner eine wichtige Rolle spielen. Oh Gott. Warte, wo kann ich es denn lesen? Wo kann ich es denn lesen? Ah, true! Ich habe das ja voll verdrängt. Es war ja so, ganz am Anfang ging es ja darum, dass Tyler, ja der Mutter, die neue Frisur zeigen wollte. Und das hat anscheinend das Fass zum Überlaufen gebracht, aber... Nein, um 0 Uhr kommen nicht die Flügel. Morgen um 18 Uhr. Ja, wir können meinetwegen eine Story lesen. Ist das jetzt eine Gute-Nacht-Geschichte oder was? Ich lese eine. Okay? Eine. Die Kobolde und die Eishöhle. Es war einmal in einem tiefen, uralten Wald. Da spielten die listigen Kobolde in der Nähe eines Gletschers und fanden ein Loch im Eis. Sie krochen durch einen Tunnel, der immer breiter wurde, und fanden sich in einem geräumigen... in einer geräumigen Eishöhle wieder. Das Licht strahlte durch die gewölbten, bläulich-weißen Wände, sodass sie an Wasserfälle erinnernten, und in der Mitte stand eine Säule aus Hunderten von Eiszapfen. Damals lebten die Kobolde noch nicht unter dem alten Holzhaus. Sie hatten noch keine Bleibe. Vielleicht können wir hier wohnen, riefen sie aufgeregt. Wenige Augenblicke später unterbrach das Stapfen schwerer Schritte sie beim Spielen. Da wurde ihnen klar, dass hier vielleicht schon jemand wohnte. Sie versteckten sich hinter einem Stein, um zu sehen, wer hereinkam. Der alte Bär stapfte in die Höhle und schüttelte sich, sodass der Schnee aus seinem Fell fiel. Er gehnte laut, legte sich auf einen Haufen Zweige, der in der Ecke lag, und fing schon an, nach wenigen Sekunden an zu schnarchen. Als die Kobolde überzeugt waren, dass er fest schlief, überlegten sie, wie sie ihm die Höhle abluchsen könnten. Sie schabten Eis vom Gletscher, bis sie einen ganzen Korb voll davon hatten. Dann versteckten sie sich wieder hinter dem Stein und fingen an, Eisklummen auf den schlafenden Bären zu werfen. Man muss dazu sagen, dass der alte Bär nicht gerade der hellste Bewohner des Waldes war. Als er aufwachte und merkte, dass Eisklummen auf ihm lagen, brüllte er, Er rappelte sich auf und rannte nach draußen, bevor die Höhle ihn unter sich begraben konnte. Die Kobolde folgten den Bären leise nach draußen und liefen einmal im Kreis. Dann taten sie so, als würden sie ihn zufällig vor der Höhle antreffen. Was ist passiert? fragten sie. Meine Höhle, sie stürzt ein, jammerte der alte Bär. Dabei wird es jetzt Zeit für einen Winterschlaf. Wo soll ich nur den Winter verbringen? Die Kobolde hatten nicht gewusst, dass der alte Bär kurz vor dem Winterschlaf war und sie bekamen ein schlechtes Gewissen. Aber sie wollten dem alten Bären auch nicht gestehen, was sie getan hatten. Stattdessen boten sie ihm an, ihm dabei zu helfen, einen neuen Unterschlupf zu finden. Gemeinsam machten sie sich auf die Suche. Sie suchten in Feldspalten, in hohen Bäumen und unter Überhängen. Sie fanden zwar keinen Ort, der so schön war wie die Eishöhle, aber der alte Bär entschied sich schließlich für eine Erdhöhle, die ihn während des langen Winterschlafs warm und trocken halten würde. Gute Nacht geh... Gute Nacht gehnte er. Ne... Gute Nacht gehnte er. Und die Goblins kehrten vergnügt in ihr neues Zuhause zurück. Im Frühling wachte der alte Bär auf und machte erst einmal einen ausgegiebigen Spaziergang, um sich die Beine zu vertreten. Als er an seiner alten Höhle vorbeikam, stellte er verwundert fest, dass Gelächter aus der Höhle zu hören war. Er ging hinein und war sehr überrascht, dass die Höhle noch bewohnbar war und dass die Kobolde darin waren und spielten. Was soll das? grummelte der alte Bär. Die Kobolde unterbrachen ihr Spiel und schauten beschämend rein. Tut uns leid, alter Bär, sagten sie. Aber wir hatten keine Bleibe und hier ist es so schön. Wir wussten nicht, dass du kurz davor warst, in den Winterschlaf zu gehen und dann haben wir uns nicht mehr getraut, dir die Wahrheit zu sagen. Der alte Bär ärgerte sich, dass er reingelegt worden war. Aber die jungen Kobolde schienen sich wirklich zu schämen, also sagt er, Kommt mal mit. Komme gerade aus der Anime-Night im Kino? Was habe ich alles verpasst von dem Gani? Er führte die listigen Kobolde in die Erdhülle, in der er den Winter verbracht hatte. Hier könnt ihr bleiben, sagte er. Und seht mal hoch, jemand hatte direkt darüber ein großes Holzhaus gebaut. Zurzeit wohnt keiner darin, sagte der alte Bär. Aber vielleicht zieht ja irgendwann jemand ein. Die Erdhülle war zwar nicht so schön wie die Eishöhle, aber sie war warm und trocken. Und die Kobolde fanden es toll, dass vielleicht einmal jemand darüber wohnen würde. Jemand, der Kuchen backen würde und dem sie Streichel spielen könnten. Und das war die Geschichte, wie die listigen Kobolde versuchten, dem alten Bären seine Höhle abzuluchsen und stattdessen eine eigene Höhle bekamen. Schön. Das ist echt eine schöne Geschichte. Black Goku, ich danke dir für 5 Euro. Ja, schwer zusammenzufassen. Geschwister gehen zurück in ihr altes Elternhaus, wo sie seit 10 Jahren nicht waren. und erkunden das. Danke dir für 5 Euro. Assassinen-Clan, danke dir für 2 Monate. Und Gelber-Leopard, danke dir für 5 Monate. Gut. Wir wollen jetzt aber erstmal das Tagebuch finden. Und dazu gehen wir mal ins Zimmer der Mutter. Aber jetzt haben wir erstmal Wo können wir das aktivieren? Hier. Und dann der Titel. Dankeschön, Angel. Dankeschön, Angel. Nun ja. Gehen wir mal in das Zimmer. Von Marianne, unserer Mutter. Hold up. What? Remember this? Unfortunately. You must solve my riddle to earn the right to enter the princess's sanctum. Nothing a good hard shove won't take care of. I mean, yes, we could brute force it, but it might be kind of fun to finally solve it, right? We have different definitions of the word fun. Okay, well, if we break it, we're just gonna have to fix it for the sale. So let's at least try not to. You have the Book of Goblins? Yep. Hand it over. What are you looking for? The image on the door. It's making me think of a story from the book. One that Marianne wrote. You have a way better memory than me. Well, the Book of Goblins was my creation. And you'll never let anyone forget it. Here it is. The one about the princess's party. Lesen? Give it a read. I think the symbols may represent something in the story. Okay. First ghost memories, now storybook puzzles. What a weird day. What a weird childhood. Touche. Okay, also wir haben fünf Tiere jeweils. Einen Bären, einen Frosch, einen Wolf, einen Elch und eine Gans. Und die drei können wir halt gucken, wie wir wollen. Und dazu müssen wir die Story lesen, meine Damen und Herren. The Princess and the Two Thieves. Oder? Das hatte sie doch gesagt, oder? Oder was? Welche meinte sie? Ne, achso, läuft. Es gibt ja mehrere Prinzessinnen. Das ist das dann. Das ist dann. Ja genau, die Prinzessinnen-Party. Aber wo ist denn die? Und was genau geht's in dem Game? Ist jetzt schwer zusammenzufassen, aber es ist halt einfach eine sehr ernste Story so. Es geht eben darum, dass zwei Geschwister eben nach zehn Jahren zusammen in ihr altes Elternhaus gehen, wo eben sie zusammen mit ihrer Mutter gelebt haben. Die Mutter ist tot, die wurde ermordet von eben dem Tyler hier. und das Ganze drumherum wird jetzt halt erklärt und erzählt, was da eben genau alles passiert ist. Okay, wir müssen irgendwas finden mit einer Party. Das sieht jetzt nicht da mal. Makes new friends. The beers. Nee. 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 The Pelican helps the... Nee. Nee. Mann, das ist voll schön. Das ist ein Pelican, by the way. Die ganzen Tiere haben ihre eigenen Storys. Der Mad Hunter. Ich denke mal, das wird dann direkt hier die zweite Story sein. The Princess and the Two Thieves. Das ist ja extra nochmal so unzunehmen. The Frogs. Ach man, das finde ich voll süß mit diesen Bildern. Oh mein Gott, das ist so schön. Das ist so richtig schön gemacht. Hier, die Princess Party. Da ist es doch. Oh. Guck mal, wie groß der Frosch ist. Der Frosch ist so groß. Warum ist der, warum ist der, der Frosch so groß? Warum habe ich vorhin gesagt, dass es ein Wolf ist? Die Feier der Prinzessin. Eines Tage... Die Feier der Prinzessin. Eines Tages in einem tiefen, uralten Wald trug es sich zu, dass der Prinzessin ganz schwer ums Herz wurde, weil sie genau vor einem Jahr von daheim weggelaufen war. Ihre Freunde im Wald spürten, wie traurig sie war und klopften an ihre Tür. Die fromme, aufmerksame Pelikan-Dame war vorgegangen und der stattliche, weitsichtige Elch hatte alle zusammengetrommelt. Der alte Bär mit seinen scharfen Pranken war auch da und auch die große Froschstammel, die ständig vor sich hin quakte. Ja, sie ist wirklich groß. Sogar der eitle Bisam war gekommen, obwohl er sonst meistens nur nachts herauskam. Der Bär bot der Prinzessin an, sie auf seinen Rücken zu tragen, damit kein Wolf ihr etwas zu Leide tun konnte. Und dann führten die Tiere sie zu einem Feental, wo sie ein wunderbares Fest vorbereitet hatten. Es gab ein Buffet aus Meeresfrüchten, das die Pelikan-Dame aus ihren stets gefüllten Schnabel auftrug. Die Luft war erfüllt von Feenlichtern, die der Elch verteilt hatte. Als sich am Himmel Wolken zusammengezogen und die gesellige Froschstamme mischte erfrischende Getränke, und die gesellige Froschstamme mischte erfrischende Getränke, nur der Bisam hatte nicht beigetragen und ließ es sich auf Kosten der anderen gut gehen. Die Prinzessin hatte großen Spaß auf ihrer Feier. So großen Spaß sogar, dass sie ganz vergaß, ihren Freunden zu danken. Die Feen bemerkten das Versäulnis der Prinzessin und heckten einen Plan aus. Als die Prinzessin ihre Geschenke öffnen wollte, fand sie am Rande des Bergtals drei identische Schachteln vor. Verwirrt drehte sie sich um und ihr entfuhr ein erschrockener Schrei. Die gesamte Festtagsgesellschaft war verschwunden, weil du deine Freunde als selbstverständlich erachtet hast, verkündeten die gemeinen Feen. Haben wir sie vor dir verborgen, aber wir mögen Spiele. Errate, wer dir jedes dieser Geschenke bereitet hat und du erhältst deine Freunde zurück. Die Prinzessin öffnete die erste Schachtel, darin befand sich eine Fackel, die wurde sie einmal entfacht, die Wahrheit enthüllte. Hm, sagte die Prinzessin, jemand möchte, dass ich mich im Dunklen nicht im Wald verirre und dass ich richtig und falsch stets auseinanderhalten kann. Welcher meiner Freunde würde mir so etwas schenken? Dass ich mich im Dunklen nicht im Wald verirre. Das ist die erste Schachtel. Sie öffnete die zweite Schachtel, darin befand sich ein magisches Schwert, das aus den Händen seiner Trägerin springen konnte, um sie zu verteidigen. Hm, sagte die Prinzessin, jemand möchte mich vor jeder Gefahr beschützen, welcher meiner Freunde würde mir so etwas schenken. Sie öffnete die dritte Schachtel, in ihrem Inneren befand sich ein Geldbeutel, der immer Münzen bereit hielt. wenn seine Besitzerin etwas wirklich brauchte. Hm, sagte die Prinzessin, jemand möchte sicherstellen, dass ich mir Essen kaufen kann, wenn ich hungrig bin, der Pelikan, und Kleidung, wenn ich friere. Wenn ich, welcher meiner Freunde würde mir so etwas schenken? Die Prinzessin dachte an ihre Freunde und ein selbstsicheres Lächeln schlich sich auf ihre Lippen. Liebe Feen, sagte sie, ich mag Achtus gewesen sein, doch ich weiß all die Gaben und Taten meiner Freunde zu schätzen. Sie gab Antwort auf das Rätsel der Feen, die sich zerknirscht gezwungen sahen, die Gesellschaft in einem bunten Lichtblitz wiederherzustellen. Die Prinzessin umahnte jedes der Tiere und dankte ihnen für ihre Geschenke, die Feier und alles, was sie für sie getan hatten, seitdem sie in den Wald gezogen war. Und das war die Geschichte, wie die Prinzessin ihre ersten Jahrestag im Wald beging. Och Mann, das ist halt voll schön. Also, ach, das ist halt voll Och Mann, warum finde ich denn das so schön? Ja, das erste ist das Bisam, also, das zweite könnte echt der Bär sein, so zur Verteidigung, weil der Bär hatte sie auch getragen und das dritte, halt der Versorger, ist halt der Pelikan, der halt auch alles in dem Schnabel hatte. Och nein, ist das schön, ist das so schön. Ja, das sind andere davor heute so die Storys, wie sie halt alle so kennenlernten. Boah, ich finde das zu krass gerade, das ist so. Allein halt die Mühe, sich gemacht zu haben, um diese Storys halt noch auszudenken. All die Geschichten sind richtig schön, so. Der Bär und die Prinzessin. Es war einmal im uralten und tiefen Wald ein alter Bär am Ufer des Flusses, der Jagd auf die Lachse machte, die zu ihrer Lachs, äh, die zu ihren Laichgründen unterwegs waren. Also ich weiß, was ein Laich ist, aber ich muss jetzt mal drüber nachdenken. Gerade als er ein besonders fettes Exemplar in seiner Pranke hielt, hörte er den Hilferuf einer jungen Frau. Kurz dachte er darüber nach, einfach seinen Lachs zu fressen. Doch schon schrie sie abermals und der Bär machte sich auf, der Sache auf den Grund zu gehen. Es dauerte nicht lange, bis sie auf die Prinzessin traf, die sich an den Wipfel eines Baumes klammerte. Während unten ein Wolf hungrig seine Kreise zog, für gewöhnlich würde sich der alte Bär in eine solche Angelegenheit nicht einmischen. Schließlich war auch er ein Raubtier und verstand den Drang des Wolfes, auf die Jagd zu gehen. Doch als er die Prinzessin sah, war er von ihrer Schönheit verzaubert und wusste, dass er helfen musste. Mit wildem Gebrill stellte sich der Bär auf seine Hinterbeine und richtete sich zu seiner vollen Größe auf. Der Wolf knurrte und schnappte in seine Richtung. Doch der Bär brüllte abermals und der Wolf machte sich mit dem Schwanz zwischen den Beinen ins Dickicht davon. Der alte Bär ließ sich wieder auf seine Vorderpranken fallen und blickte zu der Prinzessin auf. Sie erwiderte seinen Blick voller Furcht. Du kannst ja runterkommen, sagte er. Woher weiß ich, dass du mich nicht bloß gerettet hast, um mich dann selbst zu verspeisen? fragte die Prinzessin. Diese Frage ist wohl nur gerecht, gestand der alte Bär ein. Aber ich verspreche dir, ich werde dich nicht fressen. Die Prinzessin hatte keinen Grund, dem alten Bären zu trauen. Doch der gütige Ausdruck in seinen Augen ließ sie langsam vom Baum herabsteigen. Als sie den Boden erreichte, sah der Bär sie einfach ruhig an, also vermummte sie, vermutete sie, dass sie wohl heute nicht gefressen werden würde. Vielen Dank, sagte sie zu dem alten Bären. Gerne, sagte er. Darf ich dich zurück nach Hause begleiten? Sicher, erwiderte die Prinzessin. Und so wanderte die Prinzessin und der alte Bär gemeinsam durch den Wald und zurück zum großen Holzhaus. Nach diesem Tag fand die Prinzessin gelegentlich Geschenke vom Bären vor. Ein frisch gefangener Lachs, eine Handvoll reifer Bären, ein frisch erblühtes Hasenglöckchen. Eines Frühlings flutete eine plötzliche Eisschmelze den Weg zum Haus der Prinzessin und der alte Bär kam, um sie auf seinem Rücken über den Fluss zu tragen. Der alte Bär begann darüber nachzudenken, dass die Prinzessin seine Gefährtin sein sollte. Schelis, ich hatte sie selbst keine Gefährten und brauchte einen und er könnte sie wärmen. Eines weitaus angemessenen Bau bieten, ihre Fische fangen und sie vor den Wölfen beschützen. Sie wiederum würde seinen Fellbürsten Bären pflücken, ohne sie zu zerquetschen und diese eine bestimmte Stelle an seinem Rücken kratzen, die er einfach nicht erreichen konnte. Und so wie sie sich um die Kobalte kümmerte, würde sie seinen Jungen eine ausgezeichnete Mutter sein. Eines Tages erschien der Bär mit einem aus Fichtenzweigen geflochtenen Ring und bat die Prinzessin um ihre Hand. Verzeih mir, sagte die Prinzessin, du bist ein sehr guter Freund und ich weiß alles zu schätzen, was du für mich getan hast. Doch heiraten kann ich dich nicht, du bist ein Bär, ich eine Prinzessin. Es würde nie funktionieren. Der alte Bär war schwer betrübt, können wir immer noch Freunde sein, fragte er. Wir werden immer Freunde sein, sagte die Prinzessin, doch ich werde dich niemals heiraten. Der alte Bär und die Prinzessin führten ihre Freundschaft fort und nach einem Jahr hielt ihr aber mal um ihre Hand an und sie lehnte aber mal ab. Ein Jahr später geschah es ebenso und ein weiteres Mal ein Jahr darauf, sodass die Prinzessin schließlich sprach, alter Bär, du bist mein treuer Freund und ich weiß alles zu schätzen, was du je für mich getan hast, aber lieber ließe ich mich von den Wölfen fressen, als sich zu heiraten. Und so wird es immer sein, ich habe alle Hände voll zu tun mit den zwei Kobolden, die unter meinem Haus leben und sie sind alles, was ich brauche. Der alte Bär war von ihren Worten tief verletzt, doch endlich unterließ er seine Anträge. Die beiden blieben Freunde und er schenkte ihr weiterhin frisch gefangene Lachse, reife Beeren und frisch erblühtes Hasenglöckchen. Doch nie wieder bat er sie um ihre Hand an, äh, um ihre Hand so gerne er es auch getan hätte. Und das war die Geschichte davon, wie sich die Prinzessin mit dem alten Bären anfreundete und wie sie ihn zurückwies. Der arme Leva, danke dir für fünf Monate. Also die, ähm, Prinzessin ist ja irgendwie jetzt halt ein metaphorisches Bild eigentlich für die Mutter, oder? Also ich meine, die Kobolde, die unter dem Haus leben, sind ja die beiden Geschwister. Der Biber. Der Bär ist der Vater, schätze ich. Boah, Leute, ich finde das voll schön, ne? Ich finde das so schön. Die Biberdame repariert das Haus. Es war einmal in einem uralten und tiefen Wald eine kluge Prinzessin, die in einem großen Holzhaus lebte. Eines Nachts wurde das Haus von einem besonders mächtigen Sturm heimgesucht. Der Wind ließ die Schindeln auf dem Dach und die Bretter an den Wänden klappern. Er rüttelte sogar an den Fehlern, an den Fehlen, auf denen das Haus errichtet war, sodass die gesamte Struktur ins Wanken geriet. Die Prinzessin versteckte sich in einem Schrank und fürchtete, das ganze Haus könnte einstürzen, während sie schlief. Am nächsten Morgen stand das Haus zwar noch, doch es war schwer beschädigt. Der Sturm hatte die Schindeln vom Dach gepustet und Bretter aus den Wänden gerissen. Er hatte sogar einen der Fehler, einen der Fehler verbogen, auf denen das Haus errichtet war. Die ersten beiden Probleme konnte die Prinzessin angehen, doch das letzte bereitete ihr Sorge. Was soll ich nur tun, fragte sich die kluge Prinzessin voller Verzweiflung, denn obwohl sie viele Dinge wusste, wusste sie nicht, wie man ein großes Holzhaus repariert. Just in diesem Moment kam der alte Bär vorbei, um zu sehen, wie die Prinzessin mit dem Sturm zurechtgekommen war. Als sie dabei vorfand, die Bretter wieder an die Wände zu nageln, rief er, Hör auf, Prinzessin, lass mich das für dich tun. Ich tue es gern, sagte die Prinzessin, aber wenn du mir mit dem Dach zur Hand gehen willst, dann nur zu. Als die beiden die Wände durch und das Dach wieder hergerichtet hatten, begutachteten sie den verbogenen Pfahl im Fundament. Ich könnte mein gesamtes Gewicht dagegen stemmen, sagte der alte Bär. Ich bin sehr groß, mit diesen Worten stellte er sich auf die Hinterbeine, damit die Prinzessin auch wertschätzen konnte, wie groß er war, und warf sich mit seiner gesamten Masse gegen den Pfahl. Es folgten ein dumpfer Aufprall und ein lautes Knirschen und der Pfahl verrückte tatsächlich, doch viel zu weit, so dass er nur in die andere Richtung verbogen war. Die kluge Prinzessin entschied, dass eine größere Präzision gefragt war und dachte sogleich an die steinalte Biberdame mit ihrem perfekt gepflegten Damm. Vielleicht kann sie helfen. Sie machte sich auf die Suche nach der steinalten Biberdame und fand das eifrige Tier dabei vor, wie sie einen vom Sturm beschädigten Teil ihres Dammes mit frischem Schlamm nachbesserte. Der Großteil des Dammes war jedoch unversehrt, weil die Biberdame sehr geschickt darin war, Dinge zu bauen. Die Prinzessin wusste, dass sie die richtige Ansprechpartnerin sein würde. Biberdame, sprach sie, mein Haus wurde durch den Sturm beschädigt. Könntest du mir dabei helfen, es zu reparieren? Ich denke, das könnte ich tun. Ja, sagte die steinalte Biberdame und ließ ihre Arbeit an ihrem eigenen Bau stehen, um der Prinzessin zur Hand zu gehen. Die sehr alte Biberdame begutachtete das große Holzhaus und nickte, das wird nicht schwer zu reparieren sein, sagte sie und machte sich an die Arbeit, den Pfahl mit ein paar gezielten Schlägen ihres Schwanzes zu richten. Als sie fertig war, streichelte die kluge Prinzessin der Biberdame den Kopf. Vielen Dank, Biberdame, sagte sie. Der Wind hat die Schindel vom Dach gepustet, die Bretter von den Wänden gerissen und sogar diesen Pfahl verbogen. Dank dir habe ich nun weiterhin ein Heim. Das ist doch nicht der Rede wert, sagte die steinalte Biberdame und machte sich auf, um weiter in ihrem Damm zu arbeiten. In diesem Winter wurde die steinalte Biberdame krank, schwer krank. Sie konnte weder ihren Bau in Ordnung halten, noch Essen suchen. Als die und Bohnen sowie Körbe gefüllt mit Borke und Zweigen von der Lieblings Espe der Biberdame. Eines Tages bemerkte die kluge Prinzessin, dass der Bau der Biberdame zu zerfallen begonnen hatte. Sie machte sich sogleich ans Werk und auch wenn sie bei weitem nicht so talentiert war wie die steinalte Biberdame, so hielt ihre Reparatur den Bau den noch warm und trocken. Vielen Dank, sagte die steinalte Biberdame. Aber natürlich, sagte die Prinzessin, du hast mir geholfen, als der Sturm mein Haus beinahe niedergerissen hatte. Dank dir habe ich immer noch ein Zuhause und für diesen Gefallen revanchiere ich das Unterholz Oh sagte die Prinzessin und belegte trau ich auf den Damm hinaus denn sie wusste dass die alte Biberdame gestorben war Oh nein Lebt wohl meine treue Freundin und das war die Geschichte wie die steinalte Biberdame das große Holz ausrettete und wie die Prinzessin sich ihr gegenüber als dankbar erwies weil das ist so super warum ich bin super Oh nein Ach Mann Die alte Biberdame Ja hier war noch die alte Biberdame Och Mann Die haben wir schon gelesen Ich will noch eine Geschichte von den Tieren lesen Warte mal Wir hatten noch eine hier Wo der Pelikan hilft Die werden wir noch lesen Och Mann Nur noch 15 Geschichten Ja ist doch gut Och Mann Die Pelikan Dame hilft ihren Freunden Es war einmal in einem tiefen uralten Wald dass ein verführter Wintersturm die ganze Landschaft in eine dichte Schneede gehüllte Es war noch so früh im Jahr dass die Geschäfte des Waldes selbst für einen milden Winter noch nicht gewappnet waren und alle waren sich einig dass dieser Sturm ein Vorbot dafür war dass der Eiskönig einen langen harschen Winter bereit hielt Dankeschön Luvio Die Prinzessin war in einem Königreich aufgewachsen wo das gesamte Jahr über die Sonne schien und die Kobolde waren noch so jung dass niemand im großen Holzhaus wusste was zur Vorbereitung auf den Winter zu tun war Das Haus war weder wind noch wetterfest und sie hatten weder genügend Brennholz noch Nahrung nur die fromme Pelikandame bemerkte ihre Not und als die Zeit kam mit den anderen Vögeln gegen Flügel zu fliegen war ihr Herz schwer vor Trauer Was kann ich tun dachte die Pelikandame ich bin ein Zugvogel und sollte ich bleiben was wird dann aus meinen Schwarm als die Zeit zum Abflug gekommen war konnte sich die Pelikandame kaum vom Boden aufraffen es war als sie einen Klumpen Blei mitten in ihrer Brust Was kann ich tun dachte sie ich bin ein Zugvogel und sollte ich bleiben was wird aus meinem Schwarm es gelang ihr gerade so vom Boden abzuheben und sie musste mit aller Kraft mit den Flügeln schlagen um zu den anderen Vögeln aufzuschließen kaum hatte die fromme Pelikan Dame die Reise begonnen brauste der Sturm Forderung in den Lüften wusste sie doch dass die Dinge am Boden weitaus schlimmer standen ein bitterer Frost hatte sich über den gesamten Wald gelegt das Bleigewicht in der Brust der Pelikan Dame wurde schwerer und schwerer als sie an die Prinzessin und die Kobolde dachte was kann ich tun dachte sie ich bin ein Zugvogel und sollte ich bleiben was wird aus meinem Schwarm der Sturm gewann an Kraft und die Pelikan Dame geriet in ein wildes Schnee treiben doch anstelle von Verzweiflung spürte sie nur das Gewicht in ihr das gewachsen und gewachsen war bis es den Vogel zu Boden zu reißen drohte die Pelikan Dame hatte sich verpflichtet gefühlt der Prinzessin und den Kobolden zu helfen doch sie hatte den Ruf ignoriert ich hätte bleiben sollen dachte sie niedergesetzt Pelikan Dame sprach der König du hast Kreise um meinen Berg gedreht ich habe mich verirrt entgegnete die Pelikan Dame und die Schuld in meinem Herzen hat mich zu Boden gedrückt der Eilskönig musterte die Pelikan Dame mit weisem Blick ist es schuld oder nicht doch etwas anderes öffne deinen Schnabel und so griff er der Pelikan Dame in den Rachen und zog einen leuchtenden Stein hervor die fromme Pelikan Dame stellte erstaunt fest wie sehr der Stein sie wärmte und wie er Kälte und Zweifel in die Flucht schlug du weißt was du zu tun hast sagte der Eiskönig die fromme Pelikan Dame flog direkt auf das große Holz zu der Schnee war bereits durch die vielen Risse in seinen Wänden geweht und die Dielen waren mit Eis überzogen die Pelikan Dame fand die Prinzessin und die Kobolde beinahe vor dem kalten Ofen vor nein schrie sie und legte den Stein in den Schoß der Prinzessin die Wärme des Steins verteilte sich in Windeseile im ganzen Haus und schmolz alles was zuvor noch gefroren war die Prinzessin schloss die Pelikan Dame in ihre Arme und die Kobolde klammerten sich an ihre Beine danke schluchzen sie bitte sehr erwiderte die Pelikan Dame und mit einem zufrieden Lächeln was ist das fragte die Prinzessin und deutete auf den wundersamen Stein zuerst sagte die Pelikan Dame dachte ich es sei meine eigene Schuld doch als der Eiskönig es aus meinem Innen hervorzog entdeckte ich dass es etwas mächtigeres war just in großen Holzhauses mit Essen und aus ihrem Schnabel ehe sie sich mit dem Wissen in die Lüfte erhob dass alle Bewohner des großen Holzhauses mit zum kommenden Frühling wohlig warm und wohl genährt sein würden und das war die Geschichte davon wie die Frau mit Pelikan Dame die kluge Prinzessin und die listigen Kobolde vor dem langen Winter bewahrte ach man Freunde es ist sehr schön ach man ich finde das so schön so Noch eine, gibt noch ein paar kürzere Hab das Rätsel inzwischen vergessen Ja, ihr müsst jetzt mal Bitte hör auf zu lesen Ja, ja So, also am Anfang haben wir gesagt Dass der Bisam Eben der Supporter ist Der Bär ist der Beschützer Und der Pelikan Ist der Versorger Smoky Dein Rätsel vom Kronter Dann ist es halt nicht der Bisam Mann, der Frosch Warum finde ich den Der Frosch Der Frosch ist so süß Es ist halt so unfassbar Ich komme nicht drauf klar Berndon, danke dir für den Pramser Nein, nicht aufbrechen All right One more try Oh, ah Die, ähm Die, 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 ähm Die Frosch Story haben wir noch gar nicht gelesen Das ist die allererste Achso, na perfekt Dann lesen wir die Die Froschdame Erhält die Gabe des Sprechens Es war einmal In einem uralten Und tiefen Wald Eine Eine große Froschdame Die in einem Kleinen Teich lebte Sie war ein friedliches Geschäft Das den Großteil seiner Zeit Damit verbrachte Zu fressen Zu schwimmen Und zu schlafen Von der Morgen Bis zur Abendröte Tat sie alles Was kleinere Frösche auch tun Nur eben größer Sie aß mehr Sie hüpfte weiter Sie war klüger Und machte eine Menge mehr Lärm Alle Lebewesen im Wald Konnten ihr lautes Quaken hören Und sie alle waren glücklich darüber Es war nämlich leicht Sich im Wald zu verirren Doch dank des lauten Quakens Der großen Froschdame War es stets einfach Den Weg zurück Zu ihrem Teich zu finden Vielleicht wäre es anders gewesen Hätte die Froschdame Auch nachts ihre Lieder gesungen Aber sie war Ein viel zu faules Tier Und nach Anbruch der Dunkelheit Nie sonderlich aktiv Eines Tages betrat Ein unbekanntes Besuch Eine unbekannte Besucherin Zum ersten Mal den Wald Eine junge Frau In einem wunderschönen Kleid Sie marschierte eilig Durch den Wald So als sei sie auf der Flucht Und blickte dabei Kein einziges Mal Über ihre Schulter Viele Bewohner Erst späten Die Prinzessin Beim Vorbeigehen Doch niemand traute sich Ihr zu helfen Denn der wilde Jäger War ihr auf der Spur Das ist nicht unsere Angelegenheit Sagten sie Sie sehen lieber weg Denn der wilde Jäger War ein unnachgiebiger Mann Der nicht so sehr liebte wie Beute Der nicht so sehr liebte wie Beute Um des Ruhmes und des Geldes Willen zu jagen Nichts konnte sich einigen Nichts seinem bohrenden Blick Lange entziehen So lief die Prinzessin Auf sich allein gestellt Und ohne Hilfe So lange weiter Bis sie sich in ihrem In dem großen Wald Heillos verirrte Anfalten Bitte Mache nicht Solch einen Lärm Der wilde Jäger Ist mir auf der Spur Quark Sagte die Froschstamme Abermals so laut Dass die Prinzessin Sich die Ohren zuhalten musste Das Tier begann Wild umher zu springen Was tust du nur Fragte die Prinzessin Sei still oder Es oder erfindet uns Aber die Froschstamme Quarkte weiter Und hüpfte aufgeregt So um sie herum Rechts und links Auf und ab Quark Quark Bis die Prinzessin Schließlich verstand Was es mit All dieser Aufregung Auf sich hatte Vorsichtig kletterte sie Auf den Rücken Der großen Froschstamme Die Die sich sogleich Mit einem gewaltigen Satz Von dem Teich Entfernte Die Froschstamme Sprang so hoch Und so weit Dass selbst der Jäger Nicht mehr wusste Wohin die Prinzessin Entschwunden war Mit nur wenigen Sprüngen War die Prinzessin Seinem bohrenden Blick Entronnen Ein paar Sprünge mehr Und sie waren Wie vom Erdboden Verschluckt Die Prinzessin Schloss ihre Augen Und ließ sich Von ihrem klugen Reittier tragen Weniger als eine Stunde Später hatte die Große Froschstamme Das andere Ende Des uralten Waldes Erreicht Das in der Nähe Des Ufers Des tiefen Sees lag Dort hielt sie lautlos Vor einem großen Verlassenen Holz aus Danke Sagte die Prinzessin Und küsste das Tier Mein einziger Wunsch Ist dass du doch Sprechen könntest Damit ich deine Absichten Früher verstanden hätte Und als sie diesen Worte aussprach Geschah etwas Unglaubliches Die große Froschstamme Konnte mit einem Male Sprechen Ihre ersten Worte Versetzten die Prinzessin Entstaunen Der wilde Jäger Ist mir immer auf den Fersen Jetzt bist du sicher Und ich hatte meine Rache In diesem Haus Hier kannst du bleiben Es wurde vor langer Zeit Verlassen Und niemand wird hier Nach dir suchen Dann ohne noch Ein weiteres Wort zu verlieren Sprang die große Froschstamme Zurück zum Teich Und das war die Geschichte Wie die große Froschstamme Die Prinzessin rettete Und die Gabe der Sprache erlangte Wow, war schön Bernon Danke dir für den Primestar Bro Fox Danke dir auch für 43 Monate Okay Lass uns mal wirklich Für das Rätsel Lass uns mal wirklich Auf das Rätsel konzentrieren Denn bei dem Rätsel Wie gesagt Bei der Party Ähm Geht es ja darum Erste Schachtel Darin befand sich Eine Fackel Die wurde sie Die wurde sie einmal entfacht Die Wahrheit enthüllte Jemand möchte Dass ich mich im Dunkeln Nicht im Wald verirre Und dass ich richtig und falsch Stets auseinanderhalten kann Richtig und falsch Auseinanderhalten kann Also weder Frosch Pelikan Bär Oder der Biber Nichts von denen passt Huch Der Elch Oder der Bisam Das ist nochmal der Biber Den Biber kennen wir Die alte Dame Der Pelikan Ist halt super Ähm Eben super Ja wir müssen die beiden noch lesen Der Pelikan Ist halt super Zu vorkommen Und halt auch einfach Der teilt halt sehr gerne Okay wir lesen jetzt noch Die beiden Geschichten Und ich sag euch ganz ehrlich Wer damit ein Problem hat Dass ich die lese Ich liebe es Und ich genieße das so sehr Ich hatte so Also so ein Feeling Hatte ich Hatte ich lange nicht mehr In einem Spiel Oder in einem Stream Ich genieße diese Geschichten So wahnsinnig So wahnsinnig sehr Es ist Wahnsinn Die Kobolde tricksten den Bisam aus Es war einmal in einem tiefen Uralten Wald Ein Bisam Der Bisam war ziemlich feige Und auch ziemlich faul Er lag die meiste Zeit in der Sonne Und putzte seinen Pelz Bis dieser schön glänzte Eines Tages Soll der Bisam Wie die listigen Kobolde Auf seinem Lieblingsstein Burgkönig Spielten Aber er traute sich nicht Sie zur Rede zu stellen Stattdessen warf er aus einiger Entfernung Einen Stein auf ein Horn Auf ein Hornissennest Das über ihn hing Die Koboldin Die Koboldin Sah ihn dabei Aber bevor sie irgendetwas tun konnte Tun konnte Kamen die wütenden Hornissen Aus ihrem Nest geflogen Und stachen Und vertrieben die Kobolde Jetzt war der Stein wieder frei Und der Bisam nahm seinen Platz Darauf ein Als die Kobolde zurückkehrten Fragten sie den Bisam Warum hast du das getan? Ich weiß nicht Wovon ihr redet Sagte dieser und drehte sich weg Ähm Antinato Dank dir für den Prime Stop Die Kobolde wussten Dass dem Bisam sein Pelz Das allerwichtigste war Also fassten sie einen Plan Um ihm eine Lektion zu erteilen Der Bisam sonnte sich gerade Als er die Kobolde Vorbeistolzieren sah Und ihre Haut schimmerte wie Gold Kobolde Rief der Bisam Warum schimmert eure Haut so schön? Als uns die Hornissen angegriffen haben Sind wir bis an ein Becken Beim Gletscher gelaufen Wir sind reingesprungen Und so wieder rausgekommen Zeigt ihr mir dieses Becken? Fragte der Bisam Die listigen Kobolde Führten ihn zu einem Becken Das der Bisam misstrauisch begeugte Das sieht wie ein gewöhnliches Becken aus Sagte er Die Kobolde kicherten Und zuckten mit den Schultern Du musst ja nicht reinspringen Wenn du nicht willst Aber was hast du zu verlieren? Wenn es klappt Bist du das schönste Wesen im ganzen Wald Und beim Gedanken An einen goldenen Schimmernden Pelz Sprang der Bisam In das Becken Als der Bisam wieder herauskam Stellte er enttäuscht fest Dass sich nichts geändert hatte Hm Sagte der Kobold Vielleicht musst du dich vorher von Hornissen stechen lassen So wie wir Der Bisam zögerte Schließlich war ein Hornissenstich Schmerzhaft Ja Daraufhin fügte der Kobold hinzu Wenn es funktioniert Wenn es funktioniert Wirst du das schönste Wesen im ganzen Wald sein Der Bisam beschloss Dass es seinem Versuch wert war Er ging zurück zum Hornissenest Und warf einen Stein dagegen Die Hornissen schossen heraus Und waren diesmal sogar noch wütender Sie jagten den Bisam und stachen ihn mehrmals Bevor er in das vermeintlich magische Becken entsprang Enttäuscht musste der Bisam feststellen Dass sich wieder nichts geändert hatte Ich fragte mich Ob der Zauber nur bei uns wirkt Sagte der eine Kobold Soll ich einmal mit deinem Pelz hineinspringen Der Bisam zögerte Wenn es klappt Bist du das schönste Wesen im ganzen Wald Bei der Forschung Wie wunderschön sein Pelz glänzen würde Erklärte der Bisam sich einverstanden Er zog seinen Pelz aus Und reichte ihn Den Kobolden Ohne den Pelz war der Bisam ganz blass Und mit geschwollenen Hornissenstichen bedeckt Aber statt mit dem Pelz in das Becken zu springen Lief der Kobold lachend damit davon Der andere Kobold schubste den Bisam Ins eiskalte Wasser Damals spritzte Wasser auf den Kobold Und spülte das Gold ab Sodass der Bisam sah Dass es nur aufgemalt war Der Bisam weinte so jämmerlich Dass der Eiskönig aufwachte Und in den Wald hinabstieg Um zu sehen was passiert war Als der Eiskönig den Bisam erblickte Musste er lachen Was dem Bisam nur noch mehr aufwühlte Erzählt mir was passiert ist Sagte der Eiskönig Nachdem der Bisam und die Kobolde Die Geschichte jeweils aus ihrer Sicht geschildert hatten Dachte der Eiskönig darüber nach Was zu tun war Es stimmt dass der Bisam sehr eitel Und selbstsüchtig ist Schloss der Eiskönig Aber er braucht seinen Pelz Weil er ihn im Wasser Und im Schnee warm hält Der Eiskönig hatte entschieden Der Bisam sollte seinen Pelz zurückbekommen Aber er würde reudig Und struppig aussehen Seit diesem Tag Tog er den Namen Reudiger Bisam Und das war die Geschichte Davon wie der Bisam Den Kobolden Seinen Pelz überließ Und seinen Namen erhielt Voll traurig Lenni danke dir für den Drei Modresa Dann lesen wir nochmal Die Geschichte zum Elch Und dann haben wir Zu jeder Zu jedem Tier Haben wir dann die Story gelesen Der Elch Aber dann wird es sehr wahrscheinlich Der Elch am Anfang sein Der Elch lehrt die Kobolde Es war einmal In einem tiefen Uralten Wald Zwei listige Kobolde Die Hunger hatten Das war nicht ungewöhnlich Denn die Kobolde Hatten immer Hunger Aber an jenem Tag Hatten sie besonders großen Hunger Sie suchten in den Vorratsschränken Der klugen Prinzessin Nach Essen Aber sie hatte nur Ein paar Nüsse Und Beeren Und etwas getrockneten Fisch Die Kobolde nahmen alles Und schlagen es schnell hinunter Schlangen Schnell hinunter Aber danach hatten sie Immer noch Hunger Auf der Suche nach mehr Eis Nach mehr Essbarem Gingen sie in den Wald hinaus Zuerst kamen sie Zu dem kleinen Teich Die große Froschstamme Schlief gerade Und neben dem Teich Lag ein Haufen Insekten Die sie gefangen hatte Und später fressen wollte Die Kobolde schlichen sich Vorsichtig heran Um die große Froschstamme Nicht zu wecken Als sie näher kamen Quarkte sie laut auf Und sie erstarrten Aber sie schlief weiter Die Kobolde nahmen Die Insekten Und schlangen sie Schnell herunter Hinunter Aber danach hatten sie Immer noch Hunger Als sie wieder In den Wald schlichen Merkten sie Dass der stattliche Elch Sie beobachtete Habt ihr der großen Froschstamme Etwa ihr Essen geklaut Die Kobolde versuchten Unschuldig Reinzuschauen Aber es gelang ihnen nicht Sie hat gesagt Dass wir es nehmen können Riefen sie Ach wirklich Fragte der Elch Fragen wir sie doch Also weckte der Elch Die große Froschstamme Und fragte Hast du den Kobolden Erlaubt Deine Vorrede zu essen Die große Froschstamme Schaute die Kobolde an Die Wie sie wusste Immer Hunger hatten Und nickte Ja Das habe ich Oh Wirklich Fragte der Elch Überrascht Na gut Sagte er Und so Musste er die Kobolde Gehen lassen Als nächstes Kamen sie zum Fluss Dort sahen Ach man Voll nett von der Dort sahen sie Wie der alte Bär Mit seinem großen Pfoten Einen Lachs fing Der gerade den Fluss Hinauffang Er legte sie Zum Trocknen auf Einen Stein Und ging in den Wald Um Bären zu suchen Die listigen Kobolde Schlichten sich an den Stein Heran Immer auf der Hut Falls der alte Bär Zurückkehren so würde Am Stein angekommen Nahmen sie den Lachs Und schlangen ihn schnell herunter Aber sie hatten Immer noch Hunger Als sie in den Wald Zurückschlichten Wartete der stattliche Elch Bereits auf sie Wollt ihr mir etwa erzählen Dass der alte Bär Gesagt hat Dass ihr den Dass ihr den nehmen könnt Ja Antworten Antworteten die Kobolde In diesem Moment Kam der alte Bär Auf sie zu Und der Elch fragte ihn Hast du den Fisch Für die Kobolde liegen lassen Der alte Bär schaute die Kobolde an Die wie er wusste Immer Hunger hatten Und nickte Ja habe ich Sagte er Wirklich Fragte der Elch Wirklich Sagte der alte Bär Als der Elch fort war Sagte der alte Bär Zu den Kobolden Sag der Prinzessin Dass ich nett zu euch war Und klaut nie wieder meinen Fisch Okay Die Kobolde Die immer noch Hunger hatten Suchten nach der nächsten Mahlzeit Sie schlichten zum Bau Des räudigen Bisams Und wollten gerade hineinklettern Als jemand sie rückwärts Wieder herauszog Der stattliche Elch Hielt sie am Hosenboden Fest So dass sie in der Luft baumelten Und sagte Der räudige Bisam Würde euch bestimmt nie erlauben Seine Vorräte zu essen In seinen Augen Seid ihr schließlich Schuld daran Dass sein Pelz verschandelt ist Außerdem hat er kaum genug Für sich selbst Und teilt nicht gern Die Kobolde fingen an zu protestieren Aber der Elch schüttelte den Kopf Er setzte die Kobolde ab Und sagte Kommt mit Die Kobolde folgten dem stattlichen Elch Zu einer Stelle am Fluss An der das Wasser So langsam floss Dass sie sicher Darin stehen konnten Der stattliche Elch Gab ihnen je eine Angelschnur Und sagte Ich werde euch das Fischen beibringen Damit ihr die Tiere Im Wald nicht mehr bestehlen müsst Wenn ihr Hunger habt Fischen ist harte Arbeit Aber es ist auch ehrliche Arbeit Die listigen Kobolde Hatten nichts gegen harte Arbeit Sie hatten einfach nur Hunger Also hörten sie dem Elch zu Und zogen bald zappelnde Fische Aus dem Fluss Sie aßen sie auf Und waren endlich satt Und das war die Geschichte Wie der stattliche Elch Den listigen Kobolden Das Fischen beibrachte Also Wir rekonstruieren Noch einmal Die gesamte Situation Der Party Also Wir haben als erstes Einen Charakter Der eben dafür sorgen möchte Das Buch Da befand sich eine Fackel Die wurde sie einmal entfacht Die Wahrheit enthüllte Hm Sagte die Prinzessin Jemand möchte Dass ich mich im Dunkeln Nicht im Wald verirre Und dass ich richtig und falsch Stets auseinanderhalten kann Das ist zu 100% Der Elch Der Elch ist das erste Weil der Elch hat immer gefragt Hat der euch das erlaubt Er hat es immer hinterfragt Er wollte Dass die Wahrheit Ans Licht kommt Und Er ist halt auch supportive Das bedeutet Eine Fackel passt halt ideal Zu dem Was er verschenken würde Erste Seite Die Feier der Prinzessin Eines Tages In einem tiefen Ohr In Wangen Ihre Freunde im Walde Spürten wie trau sie waren Und klopft an die Tür Sie frommel Aufmerksam Pelikan War vorgegangen Und der stattliche Weitsichtige Elch Hatte alle zusammen getrommelt Der alte Bär Mit seinen scharfen Pranken War auch da Und auch die große Froschlamme Die ständig vor sich hin quakte Sogar der altliche Der Bär Wohlt der Prinzessin an Sie auf dem Rücken zu tragen Damit kein Wolf Ihr etwas Wo sie ein wunderbares Fest Von Pelikan Der Elch verteilt Die Luft war erfüllt Von Feenlichtern Die der Elch verteilt hatte Als sie sich am Himmel Wolken zusammen Okay Also Erstes Elch Zweite Schachtel Darin befand sich Ein magisches Schwert Das aus den Händen Seiner Trägerin springen konnte Um sie zu verteidigen Hym Hym Sagte die Prinzessin Jemand möchte mich vor jeder Gefahr Beschützen Welcher meiner Freude Würde mir das schätzen Also 200% eigentlich der Bär Aber es könnte auch der Frosch sein Und das dritte Ähm Ein Gelbbeute Der immer Münzen Breit hielt Wenn seine Besitzin Etwas wirklich brauchte Hym Sagte die Prinzessin Jemand möchte sicherstellen Dass ich mir Essen kaufen kann Wenn ich hungrig bin Und Kleidung Das ist halt so der Pelikan Also ist das für mich Von der Logik her Falls noch jemand Das Rätsel in Erinnerung hat Es ist für mich Elch Bär oder Frosch Und Pelikan Hat so viel Spaß gemacht Alles zu lesen Ach es ist so schön Und boom Wir sind After so many years I expected this to feel more You know Like a win Speak for yourself I'm the one who solved the riddle Why do I feel like You're not gonna let me forget that Where do you think we should start looking I don't know Where in this mess Would she stash someone else's personal thoughts Boah Leute Ich fand das mit den Tieren Ich fand das so schön Ah es ist so schön Okay ich auch I've had so much on my plate lately And And They're convinced I'm the enemy And I don't know why I need them I need my goblins I remember now We heard her crying We listened through the door Seeing her like this As if she's still here It really sucks She was really coming apart Those last few months Wasn't she Oh This explains a lot We're mostly full She was too stubborn To take medication She always had to have a picture of us close by Why this picture though I mean do you see the expression on our faces Oli is not the dead name of Tyler Sondern sein Name Bevor er sich Tyler genannt hat Dead Names werden in dem Spiel nicht erwähnt Ja also Das hab ich jetzt auch nicht gesagt Hatte nur gesagt Das hat Oli Tyler Oh Noch nicht vor uns Das wollten wir noch nicht Das ist zu früh Das müssen wir dann auch irgendwie noch beleuchten All this place needs Is a quick clean And it'll be ready to go If only Straight in the trash No I bet we could sell it on the internet True Maybe we could sell it to the guy Who collects John Wayne Gacy's clown paintings Hmm I tried to read this one I can never figure out the order of the chapters though Didn't the author go insane or something No wonder Miriam liked it Hmm Ah Sewing lessons were the absolute worst She made all our clothes I'm sure she needed the help And I for one am happy I can fix the torn seam Übrigens auch in der Schule nähen gelernt Ich kann immer noch Ne Also ich würde im Dover echt auch noch irgendwie einen Knopf annehmen können Jo op Ich cube ein bisschen shut ילes Geht Also ich kann alles Wie können mal Ich bin Für mich B Für mich Wieую Ich relief Kap Sehr schönes Spiel, muss ich aber auch jetzt mal sagen. Tyler... Tyler. What? Look. What? Where did you find that? It was on her desk with her papers. Seriously? Are you fucking kidding me? Look, we gotta be really careful not to overthink this. But it doesn't make any sense. She was mad, right? She was mad, I cut my hair. She attacked me because I cut my hair. She was mad and she attacked you. We both saw it. Then what is this shit? I don't know. I don't know. I don't know. Tyler, come here. She can't do this to me. Not now. When I finally made sense of a few things. Well, that was your first mistake. Thinking the world made any kind of sense. Ten years in the grave and she's still finding new ways to piss us off. Yeah. I think I need some air. I don't know. I need some air. I think I need some air. Are you really, really sure? I am. Do it. Okay. Here we go. Whoa. Is it all gone? Yeah. It looks amazing. Really? Yeah. I can't wait to show mom. She's been so sad lately. More than sad. She's been scary. Hey, thank you for the 2-month-3-Sup. It was almost like a party. Thank you, Alison. You don't have to thank me. You're my sister. I feel more like, like your brother. Brother, sister, we look out for each other. But I'm pretty sure I just gave you a really bad haircut. Mom? Mom? Es muss aber irgendetwas noch mehr passiert sein. Es ist... Es ist halt jetzt... Nicht die vollständige Story. What are you doing? Oh, my God. Oh, my God. Okay. It's okay. It's okay. It's okay. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. Mom? Oh, no. No, 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 no. No, 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 no. This is wrong. This is all wrong. Wait. Stop. Aber die Vorgeschichte, die ist halt jetzt halt auch entscheidend. Sie hockt ja nicht einfach so mit einer Flinte da in dem Schuppen. Ich bin sehr glücklich, dass wir deine Diary gefunden haben. Ich auch. Ich denke, sie versucht, zu herausfinden, wo du da bist. Ja, sie sollte gefragt haben. Ich war nicht in einem riesigen Forschungsprojekt, ich war ihr Kind. Was für das Buch? Was sie tranket? Was sie tranket auf mich? Vielleicht. Sie war nicht versuchen. Sie nie… ... Es macht... ... ... ... ... ... ... ... Cutting your hair was what set her off, right? Allison, she read my diary. She already knew. It wasn't my hair. And if we were wrong about that... Amen. Fuck. You think she read it. It's possible she never even opened the diary, and that things are exactly like we always thought they were. But if she did, and they aren't... God, Tyler. Sure. I mean, we could have been wrong. But what good does it do to ask the question now? You mean, other than not having to live with the thought that my mom tried to kill me for being me? Tyler, I know you want there to be something to find. Something that'll make it all make sense. But she was unhinged. So that's it, then. She was crazy. Nothing else to say. I think we'd be better off if we tried to move on. Why don't we talk to a few people who knew her? See if that book makes any sense to them. People don't want to talk about Marianne. They pretend like that night never happened. Vielleicht was Tessa etwas... What about Tessa? She was Mariannes closest friend. Let's ask her about it. Sure. But I'll warn you, she's particularly touchy about this subject. Well, maybe she'll talk to me. I was always her favorite. Operative word was. But I need to go by the store anyway, to get a few things for the repairs. Great. Two seagulls, one stale hunk of bread. I'm not sure I like that analogy. Listen, I know you don't want to keep talking about this. But you're obviously not going to be satisfied until we do. So let's talk. You've been on edge all day. Is there something more going on with you? It's nothing. Pretty sure it's not nothing. And I'd like us to be on the same page. I thought we were on the same page. Sell this place as quick as possible and move on. And then we found the book, and things changed. You really don't get that? It's just, with the way you avoided this place for the last three years, I thought you wouldn't want to spend any extra time here. Oh. So that's what this is about. Maybe a little. Yeah. It's just, you graduated three years ago. And this is the first time we've seen each other in person. I wanted to talk to you about that. But it never seemed like the right time. I tried to visit you. I tried to go to your fireweed graduation. I wanted to bake you a crappy boxed cake and take awkwardly posed photos. I know. But you shut me out. All I got was non-responses and half-assed evasions. Look, I didn't want to see anyone. I just started testosterone. And, oh God, I had the worst acne. My emotions were all over the place and the smells. Allison, the smells. Men smell bad. I know. I've dated a few. Look, I needed some time to figure my shit out before I asked anyone else to try. Does that make sense? Yeah. Yeah, it does. So, I was thinking... Hmm? Do we need to be in such a rush to sell this place? Oh my God, Tyler. Really? What? Everything we thought we knew about Marianne just got thrown out the window. Maybe it did. Or maybe nothing's changed and we dig up that nightmare for no reason. So, it's not worth the risk to you? Not if it means throwing away all our plans. Your plans. It's your plan to sell the house. Your plan to go to Juno. Me? I'm just looking for some goddamn peace of mind. How about... We start digging without putting off the sale. And if it seems like we need more time, we'll talk about it then. Okay. So, we have a plan? Yep. We ask around about Marianne, but we also stick to our repair schedule. Sounds good to me. Polly's diary. It's been a long time since I heard that name. Was I the only one who ever called you that? Actually, no. I used it at Fireweed for a while, until I settled on Tyler. Most people were pretty chill about the switch. Not everyone, though. What do you mean? I had a mentee who refused to call me Tyler. He didn't want my help. He didn't want anyone's help. I'm sorry. I like the name Tyler, by the way. Thanks. Ja, es ist, ähm... Der Widerspruch ist halt einfach, ähm... Also, ich kann Tyler vollkommen verstehen. Und bin gerade irgendwie generell... Ich fühle mich generell mit dem Charakter von Tyler mehr irgendwie verbunden als mit Allison generell gerade. Jetzt mal nur meine, meine Feelings im Spiel zu beschreiben. Weil eben ich, ehrlich gesagt, auch... Halt auf jeden Fall steckt da noch wesentlich mehr dahinter. Und die, ähm... Mutter ist... Also, da ist halt noch irgendetwas vorgefallen. Und allein über das Buch, dass sie sich halt anscheinend ja schon, ähm... Ja, irgendwie weiterbilden wollte. Und vielleicht ja auch Verständnis entwickelt hatte. Nur, dass es halt jetzt... Also, ich weiß, es ist schwer gerade einzuschätzen, was halt genau in ihrem Kopf halt los war. Es ist halt nur... I don't know. Ich glaube, da kann man noch eine Menge herausfinden. Wir lesen mal hier das alte Tagebuch. Mom und Allison haben wieder gestritten. Wenigsten schreit Mom jetzt nicht nur mich an. Es kam mir so vor, als wäre Mom fast eifersüchtig, weil wir ihr nicht gesagt haben, was wir im Wald vorhaben. Ellie meint, wir sollten ihr von unserer Stimme erzählen. Aber ich glaube, sie weiß schon davon. Mom hat ziemlich scho... Mom hat ziemlich sauer reagiert, als ich sie gefragt habe, ob ich ein Eishockey-Team... Ob ich in ein... Ob ich ins Eishockey-Team darf. Als wäre es falsch, weil es ein Jungensport ist. Ich werde aber... Wieder fragen. Ich probiere es nächste Woche nochmal. Sie hat wieder Nein gesagt. Ich bin so wütend. Warum sagt sie immer Nein? Warum darf... Warum darf ich nie machen, was ich will? Allison und ich haben angefangen, eine Geschichte zu schreiben. Naja, eigentlich Allison. Sie wollte nicht, dass ich irgendetwas ändere. Warum kann nicht einer von den Koboenden ein Junge sein? Es ist einfach... Es ist so das ganze Spiel ist einfach auch... Es ist so gut einfach. Es ist so gut aufgebaut. Also sie führt einfach auch an das ganze Thema so gut ran und so gefühlsvoll. Und wieso ist es halt so... I don't know. Also es ist... Gestern bei Bobby Star... Gestern bei Bobby Star Wars geschaut. Luke ist so cool. Aber Mom hat es herausgefunden und war sehr sauer. Sie sagt, es verherrlicht den Krieg. Zoom. Zoom. Samstag, 5. Februar 2005. Vielleicht wäre Mom glücklicher, wenn ich einfach mache, was sie will. Wenn sie mich anschaut, sieht sie... Sieht sie mich gar nicht. Ich wünschte, ich könnte es ihr zeigen. Ich wünschte, sie würde es verstehen. Aber ich glaube, sie will das gar nicht. Allison hat wieder gesagt, dass ich schuld bin. Dass Mom wütend auf uns war. Diese Schleimerin. Mom hat seit ein paar Tagen fast nicht mit uns geredet. Ellie hat gesehen, dass sie Seiten aus dem Buch der Kobolde weggeworfen hat. Tu dies, tu das. Ich kann ihre Stimme nicht mehr hören und diesen blöden Namen auch nicht. Ich bin Oli, der Kobold. Nicht eine schlechte Sicht, oder? Ich habe vergessen, wie schön es ist. Ich bin Oli, der Kobold ist, wie schön es ist. Wir waren in unserer eigenen Welt, die meisten der Zeit. Der Kobold war nicht nur ein Kobold. Es war Moonhag's Lair. Und die Mäuern war ein Eis-Troll. True. Plus, du bist auf jeden Fall, wenn du siehst du es jeden Tag. Nicht immer. Ich glaube, ich würde gerne enden auf irgendwoher, aber nicht hier. Das war mir schon. Ja, mehr Menschen mit einer großen Buren. Hm? Ich glaube, ich habe eine kleine Aufmerksamkeit mit einer kleinen Plan. Ich denke, dass die Marien eine Karte hatte. Ich denke, dass er eine neue Plan hatte. Sie hat all diese Survivalist Karte. Erlöslich die Verbesserung an. Ich denke, sie gleich geht es um das zu überlegten. Vielleicht. Aber vielleicht ist das wie sie es ist. Das ist der Ende. Nachdem sie es verloren hat. Warum sieht es gut aus? Both? Oh, warte. Oh, um, that's a little weird, but also kinda cool. I've still got it, right here in my pocket. Nice try. But, not today. Maybe another time, though. Alright, I think that's enough time enjoying the view. I wasn't gonna say anything, but... Yeah, yeah, I know. I was the one all eager to go and then I started waxing poetic about the landscape. Go ahead. I'll catch up. Need to respond to a message. My sister, the social butterfly. Seems we got a trespasser. What the fuck? You got five seconds to talk me out of defending my property. Your property? Five. Four. I'm Tyler. No noting Tylers. Three. Two. Sam! Allie? What are you doing out here, girl? This is our house. Was I talking to you? Sam, put the gun down. This is Tyler. My brother. My brother. Your... Brother? Oh, shit. Huh. I guess I heard about all that, but... I never... Damn. You look like a real man. So do you, Sam. You know what I mean? I just didn't know they could make a woman look so much like a man. Oh, God. You know... I'm just trying to be me. It's just who I am. Hmm. Well... I've seen a couple of lady transvestites on the TV before, but... I've never seen a dude. Sam. That's not how you say that. Say what? Transvestites? Yes. It's transgender. Transgender men. I'm sorry. It's hard to keep track out here in Delos Crossing. The world's just moving on without us. It's fine. Let's just change the subject. Works for me. Tyler. Thanks, Sam. So... What are you doing here, exactly? Oh, well, I... I've been kinda keeping an eye on this place for you, you know? It's like patching the roof, checking the pipes and all that stuff. Thank you, Sam. Oh, yeah. It's, uh... It's no big deal. I just... You know, your mama, she was, uh... She was a special lady. She deserved much better than... You know, uh... What you got. The roof-schrauber is in there. Didn't you used to help Marianne with repairs and building projects? Oh, yeah. Yeah. Yeah, seeing as your mama never had a man around, I just... I took it on myself to help her keep this place standing. How... Antiquated... Of you. Thanks. I, uh... Guess you two are still aiming to sell the place? That's the plan. Which... Right away... We need your keys. Since, apparently, you went and changed the locks? Oh, yeah. Absolutely. But, uh... Selling your mother's house? Are you sure? Bad or good... It's all you've got left of her. Not all. I'm sure the gun she tried to kill us with is still somewhere in there. Tyler! What? What Tyler means is... A fresh start is what we both need. Of course. This place has gotta be full of all kinds of bad memories. But... Maybe... Some good ones too? Is he not besoffen? We should get going. That's all you think we'll get out of him? Hmm... I guess I could ask him a few more questions. Okay. Hey, this is voll krass, this girl. How well did you know her? Not as well as I thought. Well, I heard what happened that night, well... I figured people were bullshitting me. It really surprised you, didn't it? Much as anything ever has. The other folks said they saw it coming. Let me... Did you help with her door? Her door? The puzzle, on her bedroom door. Oh... Oh yeah. You two kept sneaking in, giving her no privacy, huh? Thank you very much. You ever solve it? Yep. Better late than never, I guess. Never solved it myself. I mean, not that I wanted to, I... I, uh... So, uh... Guess you know all your mama's secrets now, huh? Well... She may have one or two left. Ally, can you hear me? Ty, we can't do this when we're in the middle of talking to someone. But this is pointless. He's hammered. He's always hammered. And who knows? Maybe it'll make him chatty. Now come on. People think our family is weird enough. Um... Everything okay with you two? Yes. No. Oh. Alright. Alright. Also, ich glaube, mehr können wir nicht aus ihm rausbekommen, oder? It really surprised you, didn't it? Nee, ich weiß, wie wir rauskommen. As much as anything ever has. Other folks said they saw it coming. Let me... So, passt auf. We should get going. That's all you think we'll get out of him. It's all you think we'll get out of him. Wie lange noch? Kann ich nicht genau beantworten. Ich will auch nicht, ähm... Ein bisschen Ewigkeit gezogen. He's too wasted to be of any more help. I'll tell him to get a move on, then. Well... We've got a supply run to make, and... Uncle Eddie's expecting a visit. So... Right. Yeah, of course. Get going, you two. Um... Sam... We all gotta get going. Oh. Of course. Of course. Yeah, I got lots to do myself. I... Lots of to do's on old Sam's list. And... And you don't want to keep Brown waiting, you know? Thanks for... Looking out for this place. Happy to do it. I... Don't hesitate to reach out if you need anything. Anything at all. You hear? Sam? Huh? Uh... Sam? Huh? The keys? Oh, yeah. Of course. Of course. Yeah, they're yours. I... Uh... This place... It meant a lot to your mother. It almost felt like... It was a part of her, and... It's like some part of her is alive here still. Hopefully the house doesn't turn out to be a murderous psycho that tries to kill us in our sleep, huh? Uh... Yeah. Well, uh... Take care of yourself. Uh... Both of you. Hey, so... You really do have a lot to do. Okay. Go on. I'll be right behind you. To win. And then... You remember... You remember... I cannot do... Is... I am completely different. Do you want to win? Are you all right? To win. Do you want to win? Are you all right? Frank, who's been to win? Wir sind einfach schon, wir sind einfach schon dreieinhalb Stunden jetzt in dem Game, ne? Michael. Ich bin bereit, mit Tessa zu sprechen. Ich bin bereit, dass du deine Erinnerung von ihr von zehn Jahren auszutauschen ist. Ja, es wäre nicht so, wenn sie mich auf der Feuerwehr gekommen wäre, was sie nicht. Also, ich glaube, das ist Michael? Olof, ich bin jetzt sie. Hey, du. Hey, ist es dein Tag off? Ja, wir sind hier als Patrons. Tyler, meet Michael. Das ist die Annoying Coworker. Ich war da für deine Erinnerung von Marshmallow, Vodka und Wein coolers. Und ich habe nur meine Erinnerung zu einer Annoying Coworker. Rude. Ich bin bereit. Sie hat mich genau wie miserable sie in dieser Stadt wäre, ohne dich. Es ist so gut zu endlich zu treffen. Die Tyler talk läuft 24-7, so ich fühle mich wie ich bereits weiß. So, uh, sind wir hier zu holen, für die Homestead, oder? Ja, wir entschieden es wäre es einfach, wenn wir einfach nur da sind. Wir werden es schneller, wenn wir wirklich nicht mehr können. Hey, ich bin all für Efficiency. Ich kann nicht warten, für uns zu kommen. Was ist das? Oh, Michael ist moving nach Juno, auch. Oh. Und haben Sie alle zusammengezogen? Oder? Ich meine, ja. Es wird günstiger sein, aber nichts ist set in stone. Es ist sinnvoll. Es könnte für dich sein, auch. Für sicher. Die mehr Ronen sind, die merrier. Ich studiere als Chef, also, uh, es wird gut zu essen. Und hey, ich nur schnauze in Allergy-Season. Und Baseball. Wie kann ich das sagen? Haha. Du okay? Dead on my feet, girl. Got up at four to fish before work. It's been a day. Oh, you like to fish? Yeah. There's this spot called Buzzard Hole I go to at least twice a week. It's like an hour drive, but it's so chill. Especially first thing in the morning. Shut up. I used to go there all the time. For real? Yeah. Hey, well, if you wanna go sometime, holler at me. I don't mind sharing. Cool. Most guys I know get all Smeagol about their fishing spots. Oh, look at you two. Bonding over the most slow and boring way to kill an animal. She's just jealous because she couldn't catch a fish. Even if she filled the lake with cyanide first. I'm not... Never mind. Tyler, we better get started with our shopping. Yeah. I'll be around if you need anything. Ach, ja. Einfach der Pelikan. Oh. Holy. Sam, der Bär. Michael, der Pelikan. Aber es war eine Pelikan-Dame. Ich habe übrigens in Dänemark zwei Flummis aus so einem Ding geholt. Für zwei Kronen. Das sind 26 Cent. Elch, oder? Meint ihr eher der Elch? Das haben wir ja schon gesehen. Was ist hier? Ich hoffe wirklich, dass sie genug Signaturen bekommen haben. Auf was? Sie wollen eine fancy hunting-Lodge auf dem River bauen. Es wird totaler Salmon-Migration machen. Wer wird denn da unterschrieben? Roy. Michael. Ich glaube, man soll es nicht lesen können. Delos Crossing Police Department. Logo. Fallungshinweis. In letzter Zeit kam es zu einer Reihe von Fällen von Postdiebstahl in und um Delos Crossing. Insbesondere in Eath Point und Almeida haben Anwohner gemeldet, dass Briefe und Pakete aus ihren Briefkästen gestohlen wurden. Das Delos Crossing Police Department fordert alle Anwohner auf, wachsam zu sein und rät zur Anschaffung absperrbarer Briefkästen. Bitte, wenn Sie Verdächtige fallen. Chef Brown. Chef Brown ist ja ihr Vater. Adoptivvater. Was ist da nochmal? Bautista? Tessa? So, danke dir. Fem Pramsa. Kommt und lasst uns das Wunder des Lebens gemeinsam erfahren. Okay, da können wir später anscheinend rein. Ist Sam maybe der leibliche Vater? Und erkennt seine eigenen Kinder nicht? Save. Hey Ollie, look, I'm the ruler of this kingdom. Get it? Because it's a dome? You're gonna fall, stupid. That was funny. I can't believe you didn't laugh. That was hilarious. Not as funny as you getting all pouty when I didn't laugh at your jokes. I loved baiting you. It was my favorite thing. Seafood, steaks, coffee. Was ist das? Coffee? Coffee. Coffee. I wanna have the crispy tosino. And noodles and spring roll. And can we get the coconut cake for dessert? Easy, easy my hungry goblins. We have to leave some food for the other customers. But Auntie Tessa said we can have whatever we want. Coffee. Tessa is the pelican. Hm. Ja. Vermutlich, ne? There could too much be. sein stream geht also sieben halb stunden von 1 bis hin wie ist das game für dich also eigene meinung dass ich meine eigene mensage ist es bis jetzt sehr sehr gut könnte ich jetzt noch kein rating abgeben ihr bruder oh right Tyler what a pleasant surprise didn't Allison tell you I'd be by today yes I think she did I just didn't expect to see such a dapper young man Well I did shower this morning Did you just get back into town or more or less we've been working out at the old house but surprise surprise after 10 years of sitting empty it was missing a few things hence the supply run oh right well we'll get you set right up It must be nice to be home I'm not sure nice is the word for it. Oh of course I Assume being there feels complicated That's one way to describe it. Well, don't let me keep you any longer. I'll be here if you need anything Oh hey is tessa around today. I'm the wife's not in it I'm sure she'll be around later though. Oh, it's his wife Oh, it's his wife So we need candles and an all purpose cleaner I'm really excited how to do this. I'm excited about what they have here so I'm going to start to start Marcus, thank you I don't have my phone on me and you know you could just google all this later, right? Are you kidding Allison? Old fishermen aren't gonna share this kind of juicy intel on the internet It's basically so as if we're going to go to the shop It's basically so as if we're going to go to the shop No way, the trout king is still here What are we doing here? What are we doing here? Alaska flag, Tassen So a Bieber Uh, any drink preferences? Uh, sorry Uh, sorry Uh, any drink preferences? Uh, sorry Water Water is fine, right? I mean, if you live a life without joy, sure Hey, but it's still Halfway maybe fresh and stuff Need help with something? Nah, just doing it Michael, you want me to pick up some birch syrup for you? It has some roundabout way of asking me to make you to my world famous pancake Ooh, busted Mm-hmm Yeah, do not with? Let's see Fresh cut peonies Triple layer chocolate chip cake Toasted marshmallow Are you doing a dramatic reading of a fancy ass cookbook? Nope Just browsing these fancy ass candles You only live once Hey Tyler Candy or chips? You know I got a sweet tooth, sis I am not chips So, uh, what kind of lure would you use? Mmm, I'll take the chips Well, it's hard to beat little Cleo's But it depends on conditions Wait, is this a pop quiz? Hey, I had to be sure What? You think I'm like, catfishing you? Well, can you blame me for being skeptical of an outdoorsy rona? Mm-hmm No, no, I can't Hey Tom When did you get that new California plate? You remember that nice young couple who came from town last summer? Who is the funky babe? They sent you their license plate? Their man got it now But I pulled some strings to get it out So, by pulled strings, you mean you gave Eddie a discount on those new waiters? I've got friends in my place I find it really nice in this store Right so Umlaufen to go Hey Tyler, remember the trout king? Yeah, I saw it I thought Tom might have retired you by now Are you kidding? He never misses a chance to tell customers you want a trout derby It was a 12 pounder Es ist übertrieben nice Auch Sound Design Einfach von so dort hinten Es ist voll der süße Laden, ne Inventory, huh? Ah, yeah My mind is so numb right now Anyway, how's the shopping spree going? Finding everything you need? Yeah, I'd be done already but I'm letting Tyler browse and take it all in Must be weird for him to be back here Yeah, I don't know But today's been crazy Define crazy I was just Kind of unsettling to go back to the old house after all this time How are you feeling? Still unsettled, but It'll pass Alright, well I'll be here if you need me I think Mike is Sehr Chill So Ey, auch mit dem Background noises So, mit den Tieren und so So, da ist der Allzweckreiniger Ja Any opinion on cleaning products? Only that using them is an unfortunate way to spend an afternoon Boom rang Wir nehmen mal den hier Wir nehmen mal den hier Okay, I think we're done here Tom will ring us up at the counter Allison, I'm waiting, let's pay for the groceries Ja chill, ich guck noch mal ein bisschen Das ist ganz interessant Was ist hier? Kann man seine eigene Ah, das ist Wobei, das ist in Verpackung direkt Biggest Pumpkin Contest So, man kann ihr Waffen offenbar kaufen Du hast die Pinland nicht angeguckt Thank you Can you believe Tessa and Tom Were ever young? Ich habe das gehört. Ich könnte ein bisschen weniger passieren, aber du solltest den Rest von Delos High, Klasse von 81 sehen. Fair genug. Athletisch, grüßig und spiritisch. Es klingt wie du. Sorry, ich könnte ein Filmstar-Handsome sein, aber ich kann nicht für sch***. Hat sich ja schon jeder für interessiert, anscheinend. Die Delos Gratis-Konzert, Katholische Halloween Feier. Jarbreakers, Frischfleisch Bootcamp. Für Roller Derby. Also, gut, nichts allzu wichtiges jetzt hier. ITM noch. Sehr schön. Sehr detailliert gemacht. Will that be all? Yes. Thank you, Tom. Oh, hi, Tessa. We were just meaning to come talk to you. Hi, Tessa. Long time no see. My God, you look like a completely different person. It's me. Plus beard. Yes. So we were out at the old house today. Heavens, why would you go there? Surprised it's even still standing. We found some stuff in Marianne's room that took us by surprise. Oh, really? We want to ask you some questions about her. You're the only person who might have known Marianne better than us. I don't know about that. It's been a decade, kids. I know, but I need to ask. What is it? Did she ever talk about me being a boy? No. It never came up. I found out much later, just like everybody else. Marianne was obviously concerned. She really didn't confide in you at all? Your mother was intensely private. She didn't need anyone else, and she made that clear. But this was about Tyler. She was always willing to ask for help when it came to us. Not at the end. Look, I have a lot on my plate today. I'm sorry. My advice to you would be to try to move on. It's not that easy. What happened that night? You can't understand something like that. But it was God's plan. That's all we can know. I need to go now. Best of luck to you. Truly. Ja, sie will irgendwas nicht erzählen. What the hell was that? I told you she wouldn't talk. It's like she's got CIA training. Something's weird here. It's weird, right? Yeah, I feel it too. It's like something's on the tip of my tongue. I think we'll be there yet soon. I think we'll be there yet soon. Hey guys, you all done yet? Yeah, Mom. Can we go outside while you and Tessa play cards? I'm afraid there's no time for games today, sweetie. Now let's go. Mary Ann? Can you come here? Sorry, Tessa. I'm in a bit of a hurry. Oh. What's your excuse this time? Emergency repairs for the Beaver Dam? Tessa, look. No, I don't want to hear it. I want to talk to you. Now. Or do I need to start calling in your deaths? Huh. I'd completely forgotten about that. I remember it. But not exactly like that. Here. Let's see if we can call up my version. Okay. Oh, er hat auch noch eine andere Variante. Das ist cool. Das Spiel hat, glaube ich, drei Kapitel. Also ich muss mal gucken, wie lange das Kapitel geht. Aber wenn es jetzt noch sehr lange geht, dann müssen wir das Kapitel unterbrechen. Mal sehen. Tyler's gesehen hatte. Mom? Can we go outside while you and Tessa play cards? There's no time for games today. Mary Ann? Can we talk? No. We can't. Just leave the question. Go. Don't. Please, let's just talk for a few minutes. Okay? Okay. We remember that slightly differently. I guess that makes sense. Rashomon, you know? But whatever happened. After that, they walked to the counter. And then Mary Ann lashed out at Tessa, right? Uh, no. Mary Ann defended us because Tessa got all preachy. Which is it going to be? Is there something I can do for you? No. No. No, just picking up some things for the house. Oh, okay. Does your brother need any, um, shaving products? We've got some on sale. I think he's got everything. But, uh, thanks. Good, good. Well, you'll let me know if we're running low on anything you need. No. Never mind. What is it going to be? So. Can I help you, Allison? Oh, no, no, thanks. I'm good. I'm just looking for something that I've forgotten. Man. Tessa keeps track of everything in these notebooks. Like what? Any loans she's given out, stuff she lets regulars take for free. Tessa is the Pelican. And then what? She starts passing out with more sets that people don't pay her back. She is the Pelican, that's what I've said. She's going to hand it off to St. Paul like a resume. Which is it going to be? What's this doing here? I'm going to ask a Pelican. Can I help you, Allison? Oh, no, no, thanks. I'm good. I'm just looking for something that I can. Tessa keeps track of everything in these notebooks. Like what? Any loans she's given out, stuff she lets regulars take for free, even her tides. And then what? She starts passing out with more sets that people don't pay her back. I think she just likes having a record. She's going to hand it off to St. Paul like a resume. Which is it going to be? Okay. I can't take it. Is there something I can do for you? So what are you doing there? Oh, just inventory. I guess I'm lucky I had the day off, huh? Hmm. Yes. What a lucky coincidence. Okay, wir müssen jetzt die andere, wir müssen jetzt die Story rausfinden. I want to talk to you now. Or do I need to start calling in your debts? Do you agree on one version if we're going to talk to Tessa about this? She went all Jack Thompson on her. I really think I'm remembering this correctly. Which is it going to be? I want to talk to Tessa about this. Die haben wir noch gar nicht gelesen, ne? Die Pelikan-Dame hilft ihren Freunden. Es war einmal in einem tiefen, uralten Wald, dass ein verführter Wintersturm die ganze Landschaft in einen dichten Schneedecke hüllt. Ne, das haben wir doch gelesen. Die haben wir doch gelesen. Als der Pelikan mit dem ganz schlechten Gewissen eben nicht weiter mit dem Schwarm fliegen konnte, sondern umgekehrt ist, um alle drei zu versorgen. Und das bedeutet, dass Tessa ist an sich eine Gute. Aber weil sie gerade so eine Gute ist, fühlt sie sich halt auch verantwortlich für die zwei Kinder vielleicht. Gab es nicht zwei Pelikan-Stories? Ja, gab es. Der Pelikan vergives the Goblins. Das ist es. Die Kinder haben geklaut. Die Kinder haben geklaut und deswegen wollte Tessa mit der Mutter reden, weil sie geklaut haben. Und darum wird es in der Story gehen. Die Kinder haben im Laden was geklaut. Die Pelikan-Dame verzeiht den Kobolden. Es war einmal in einem tiefen, uralten Wald. Zwei listige Kobolde, die in einer Höhle unter einem großen Holzhaus lebten und in diesem lebte eine kluge Prinzessin, die ihnen so viel zu essen gab wie möglich, aber trotzdem hatten sie nie genug. So kam es, dass die Kobolde immer großen Hunger hatten. Eines Tages suchten sie gerade nach etwas Essbarem. Als die fraume Pelikan-Dame auf einem Fels landete und aus ihrem Schnabel ein reiches Buffet holte. Wie die Kobolde wussten, war ihr Schnabel ein magischer Schnabel, der nie leer wurde. Da waren riesige Krabben, bläuliche Garnelen, rosafarbene Krammuscheln, bräunliche Venusmuscheln, lilafarbene Stachelige Seegel und sogar eine stachelige rote Seegurke. Immer mehr Köstlichkeiten kamen zum Vorschein. Ja, wie in einem Laden. Als Kind kommt ihr ein Laden auch unendlich vor. Die Kobolde sahen zu, wie die Pelikan-Dame eine Muschel verspeiste und sich dann schlafen legte. Ob sie etwas dagegen hätte? Wenn wir ein wenig davon nehmen, fragte der Kobold. Ihr Schnabel wird doch nie leer. Ein paar Krabben wird sie wohl kaum vermissen, sagte die Koboldin und legte sie über die Lippen. Ja, wie in einem Laden. Man denkt, die hat eh genug. Sie waren sich also einig und schlichten hinüber, nahmen ein paar Krabben und liefen davon. Die Kobolde schlangen die Krabben hinunter, aber als sie fertig waren, hatte sie immer noch Hunger. Ein paar Garnelen wird sie wohl kaum vermissen, sagten sich die Kobolde. Sie schlangen auch die Garnelen hinunter, aber als sie fertig waren, hatten sie immer noch Hunger. Wie wäre es mit ein paar Kammmuscheln? Fragte einer der Kobolde. Die Kobolde schlangen auch die Kammmuscheln hinunter, aber als sie fertig waren, hatten sie immer noch Hunger. Also hatten sie noch ein paar Venusmuscheln, dann ein paar Siegel und schließlich auch noch die Seegurke. Endlich waren sie satt, aber sie hatten noch alles verschlungen. Da wachte die Pelikan-Dame auf und fragte, was ist mit meinem Essen passiert? Die Kobolde konnten sich nicht anlügen und gestanden den Diebstahl. Die Pelikan-Dame war entsetzt, aber sie hatte ein großes Herz und sah ein, dass die Lissin-Kobolde noch jung waren und viel essen mussten. Kobolde, sagte die fromme Pelikan-Dame, ich teile mein Essen gern mit euch, aber als Gegenleistung müsst ihr meinem Beispiel folgen und auch bereit sein, anderen etwas zu geben. Wenn ihr euch das zu Herzen nehmt, erlasse ich euch eure Schuld. Aber wir haben doch gar nichts zu geben, erwiderten die Kobolde. Ihr habt flink Hände und gute Herzen, sagte die Pelikan-Dame. Da verstanden die Lissin-Kobolde, dass sie tatsächlich viel zu geben hatten und sie verbrachten den restlichen Tag damit, den anderen Waldbewohnern zu helfen. Sie fanden den stattlichen Elch, den es an einer Stelle am Rücken juckte, die er schlecht erreichen konnte, also kletterten sie an ihm hoch und kratzten ihn. Als nächstes halfen sie dem alten Bärenhonig aus einem Bienenstock zu holen. Sie kletterten auf den Baum mit dem Bienenstock und ließen ihn fallen, sodass er aufbrach. Und schließlich trafen sie die Prinzessin, die wegen etwas weinten, worüber sie nicht reden wollte. Also umarmten sie sie einfach und blieben bei ihr, bis es ihr besser ging. Als sie fertig waren, gingen sie wieder zur frommen Pelikan-Dame zurück. Hat es sich gut angefühlt, anderen zu helfen, fragte die Pelikan-Dame. Ja, sagten die Kobolde. Das freut mich. Das freut mich, sagt die Pelikan-Dame. Jeder hat manchmal ein Problem, mit dem er nicht allein fertig wird. Aber wenn jeder hilfsbereit ist, ist immer noch jemand da, der helfen kann, wenn es nötig ist. Aber jeder Einzelne muss mitmachen, sonst ist vielleicht einmal jemand da, wenn man Selbsthilfe braucht. Das verstanden die Kobolde und sie fangen der frommen Pelikan-Dame. Sie danken ihm und für die Lektion. Natürlich hatten sie inzwischen wieder Hunger. Dieses Problem lüssten sie erst, als der stattliche Elch ihnen eines Tages das Fischen beibrachte. Aber das ist eine andere Geschichte. Und das ist die Geschichte, wie die frommen Pelikan-Dame den nächsten Kobolden vergab und ihnen bebrachte, was Nächstenliebe ist. Probierst du, ich danke dir für acht Monate. Ja, das ist eine schöne Story auch. Jetzt ist halt nur die Frage, ähm, dementsprechend glaube ich nicht, dass sie im aggressiven Ton... Oder eben... Teilers Änderungen gehen. Nee, sie wollte keinen Kampf. Sie wollte das einfach normal schlichten. Achso, es geht darum, wer... War Tessa? Er sagte, dass Marion böse war. Nee, Tessa war sauer. Also, Tessa war enttäuscht. Weil sie geklaut haben. Weil hinten reden die Kinder auch so. Guck mal, die Kinder wissen ganz genau, was los ist. Ich meine, dass Tessa... Ich möchte mit dir sprechen, jetzt. Oder muss ich anfangen, deine Kinder zu spüren? Ich möchte mit dir sprechen, jetzt. Oder muss ich anfangen, deine Kinder zu spüren? Der Herr hat die Menschen, die er liebt. Du hast diese Kinder verletzt, Marianne. Judge mich all you want. Aber nicht spüren die Hase über meine Kinder. Spüren Hase? Ich versuche, zu sein, deine Freundin. Sie brauchen eine firm, gute Hand, und du... Oh mein Gott. Du glaubst, dass du ein Freund bist, jetzt? Spüren mit meinen Kindern? Ja, du kannst das schwer glauben, aber Freunde sind nicht nur für LONS, Marianne. Du willst wirklich in das? Okay. Wir gehen zu deinem Office. Ich werde gleich zurück, Kinder. Du bleibst in der Mitte, okay? Was ist mit dir? Ich wünsche dir, dass du mich auf das Gefühl hast. Ich glaube, ich glaube, dass Tessa nicht so schwer war. Du wirst sie nicht wissen. Und egal ob die Dinge starten, wenn sie in der Arbeit kamen, sie beide kamen. Was glaubst du, dass sie über mich überrascht waren? Ich? Ich weiß. Ja, es ist schwer einzuschätzen. Ich glaube, dass Tessa an sich gut ist, aber sie sich halt auch einfach nur Sorgen macht. Ich glaube, sie hat eine große Herausforderung ein paar Monate vor ihr Leben, nicht ihr? Wir diskutieren immer alle Zeit. Ihr habt euch mehr zu sagen. Das war nicht über diejenigen, die Kanasta entschieden hat. Das war intensiv. Du lockst dich in die office, so wir nicht hörten. Ich bin sorry. Es war lange lange vor. Ich war in der Mitte von etwas. Okay. Wir lassen Sie es. Damn. Ich denke, sie weiß mehr als sie lässt. A-duh. Aber es gibt keine Chance, wie sie sie unterhalten, wenn wir überhaupt nicht wissen, was wir tun haben. Wenn wir uns überlegen, was es war, dann wäre sie aus Verletzungen. Sure, aber wie tun wir das tun? Die Musik war zu laut, um zu sagen, was sie sagten. Marianne und Tessa waren mit dem Song beschäftigt. Es war immer auf die Zeit. Was denkst du? Wir haben diese Visionen, wenn wir sehen oder hören, etwas wirklich emotionales sehen. Vielleicht hören wir es, wird etwas schmerzen. Du kannst dich auf etwas machen, Ronin. Wir können sie nicht zurückkommen, mit nichts zu schmerzen. Wir müssen uns mit Tom sprechen. Wir müssen uns mit Tom beachten, dass wir so stark wie möglich sind. Okay. Wir können uns auf die Song herausfinden, was es war. Hey Tom There's something I can help you with? This might be a weird question But do you remember the song That Tessa and Marianne used to love? They played it all the time How could I forget? I think she's still got the CD back here A little worse for the wear, of course Hold on Here it is I was happy when it got put away, to be honest A bit cheesy for my tastes This is it, right? I think so Woah I just got hit with a flood of memories Have you seen what I mean? They have been caught, 100% Yeah They must have caught Should we check this one out? Time to inform the praise The real peace was coming to me again Mom, stop! That's so embarrassing! Oh yeah? Tessa, come join me I know you love this song No, I couldn't possibly Some of us are actually trying to get work done here I forgot how carefree she could be Yeah What the hell happened? Do you think any more memories are working on it? I don't know Let's see The candy are pestering me for these candies They're so expensive Don't just grab a bag It's fine Oh no I can't, Tessa It's nothing Okay But write it down in your little notebook Okay, okay Whatever you want There Happy? Yes And I'll be by on Wednesday to help you close Like I promised Tessa acted like she was Marianne's mom sometimes I think you mean Tessa was self-righteous And treated Marianne like a charity case She was trying to help We should go find that notebook she was holding Pretty sure I saw one mark 2004 in the office closet earlier Tessa was Will I need what you're meant to be I got And anybody say now Will I need what you're meant to be I got Anybody believe me now Will I need what you're meant to be I got But anybody trust her now Will I need what you're meant to be I got I just don't know Will I need what you're meant to be I got to get What are you doing here? I thought you needed help in the store. I needed help two hours ago. Have you been drinking? What? No. I just had a day, okay? I took a pill. I'm fine. Mary, yeah. I said I'm fine. Kids, come on, let's go. Wait, please. I have something for you. Take a look at this when you get home, okay? They can handle this confusion. I've been working with these people for years. They can help. What do you think that pamphlet was Tessa gave to Mary Ann? I don't know. I saw it in Mary Ann's room. It had a creepy vibe, but I didn't think much about it. It was bad, though. Like, maybe conversion therapy bad. I'm sorry. Whoa. This is true? I want to know how Mary Ann felt about it. And we need to hit Tessa with some hard proof. Can I help you, Allison? Oh, no, no, thanks. I'm good. I'm just looking for something that I've forgotten. Ah, 2004. Anything interesting? Elia, 24 für Essen im Restaurant, abbezahlt. Eric. No, verschwenderisch, da kann man nicht schreiben. Oh. No show. It looks like Mary Ann started flicking on her debt in October 2004. Five months before that night. 50 Dollar verpinsen, bezahlt. Einkäufe plus 30 neue Jacke für Allison, abbezahlt. Für Medikamente, abbezahlt. Einkäufe, abbezahlt. Waschmaschinenreparatur nicht gekommen. 55 Dollar neue Schuhe für die Kinder, check geplatzt. Zimmer nicht gekommen, kein Rückruf. Januar nicht gekommen, kein Rückruf. Sie spielt Mabel in Witches of Elden? Was? Warum würde ich wissen, dass ein bisschen schade für junge Mädchen? Was? Wir brauchen mehr Beweise. Sorry, can you put the song back on? Here it is. Should we try to find something about the pamphlet Tessa gave Mary Ann? Good idea. What was the organization called? The Alliance Against Other People's Business? An dem PC. Tessa, is it okay if I run a quick Google search? My phone is dead. Sure, but make it quick. I'm going to need the computer. Hey Tessa, ich bin gerade von meinem Arbeitsurlaub zurückgekommen. Und die Mädchen lagen wie kleine Welpen. Friedlich schlafen im Bett. Adela meinte, sie waren total gut drauf. Und anscheinend hast du sie auch dazu gebracht, Karekare-Eintopf zu essen? Zu welchen Heiligen hast du gebeten, dass sie das gelungen ist? Haha, sie haben den ganzen Vorbelang von ihrem Campingausflug mit. Mit hat der Tessa erzählt. Und wie viele Smoons sie gegessen haben. Und wie viele Käfer sie gefangen haben. Ich weiß nicht mehr. Weil ich, wann sie das letzte Mal beide gleichzeitig so glücklich waren. Normalerweise bin ich immer vor, wenn die andere weint. Weißt du, du hast viel zu tun mit dem Laden. Und mit den Vorbereitungen auf dein Leben als Frau des Bürgermeisters. Danke, dass du die Zeit für sie genommen hast. Und das tut mir leid, dass ich sie auf den letzten Drücker gebracht habe. Du weißt ja, die Arbeit. Die Mädchen sagen, wir lieben dich, Tante Tessa. PS, du und Tom solltet mal zum Abendessen vorbeigern. Adrian will ihm unbedingt das neue Medizinzimmer zeigen. Dann sind die zwei beschäftigt, während wir in der Küche Wein trinken. Deine kleine Lieblingsschwester. Notorious B.I.G. Hallo, vielen Dank für Ihren Einkauf. Ihre Bestellung Knoblauch. Schäler Küchenwerkzeug wurde versandt. Bund für 13.000 Familie. Talk mit Dr. Whitemaw ansehen. Gottes Plan für die Sexualität. Zehn christliche Zitate voller Kraft, die dein Leben verändern werden. Leid fielen für Eltern zur Vorbeugung von Homosexualität. Jugendkämpfe tun strebende. Seit 20 Jahren. Nico, danke dir für die 13 Monate. Das ist kein Trick. Ich glaube, wir sehen uns genug. Ja, wir haben eine gute Meinung nach, was ging. Wir sprechen mit Tessa. Ich glaube, wir sehen uns genug. Ja, wir haben eine gute Meinung nach, was ging. Wir sprechen mit Tessa. Ist da etwas, was ich für dich tun kann? Wir sind zurück. Wir waren zurück. Mit Details, das wollen Sie helfen. Oh, wirklich? Ja, wirklich. Wir sind für die Karten. Und dann, Sie, Sie, Sie kamen in, entzündet und fragt, wenn Marianne zu sagen, Sie mit Ihnen. Es war eine Argument. Oh mein Gott. Alter, es ist 2 Uhr. Es war Ende des Jahres. Es war Oktober. Oder? Oh shit. Okay. Das war 5 Monate vor dem Tod. Aber ich weiß auch nicht. Ja, das ist ein guter Call. Es war doch was von einer Wintersportjacke. Es war Oktober. Ich bin mir super sicher, dass es am Ende, also das war die letzte Seite, das ist Oktober. Im Sinn. Im Sinn. Okay. Danke für 6 Monate. Was sie meinen, freut mich, dass du wieder in den Story geben würdest. Weiß nicht, ich enjoy das gefühlt wirklich mit am meisten bei dir. Einfach weil ich das irgendwie total zu dir passt und einfach nur ein Stimmer-Vibe ist. Aber naja, auf jeden Fall mal weiter. So. Danke lieber Mister. Wir sind nicht davon ausgegangen. Du warst sauer, weil sie dich im Stich gelassen hat. Du hast ihr von dem Camp erzählt. Du meintest, sie lasse uns im Stich. Naja. Naja. Sie hat von dem Camp erzählt. Oder? Obvious. Das ist ja das, was wir jetzt rausgefunden haben. Ja. Ja. Wir wissen, dass du die Allianz für traditionelle Familien unterstützt. Und dass du ihr das Pamphlet über ihrem Camp gab. Was Camp? Äh, das erste. Das Jugendcamp für Tugendsuchende. Da bin ich mir ziemlich sicher. Camp für Übergangssälen. Camp des geweihten Wassers. Tugendsuchende war das Wort. Aber da waren mehrere Wörter, oder? Das erste ist das Tugendsuche. Das war das Wort, das hat sich eingeprägt. Das Virtue Seekers Youth Camp. Es war Konversionstherapie. Du hast ihr gesagt, dass Tyler da gehen sollte. Ich... 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 Schau. Du hast sicher entschieden, ich bin Judas. Just wie Marianne. Aber ich versuchte, zu helfen. Tyler. Sie hat mir gesagt, dass sie mit dir beschäftigt hat. Ich habe mit dir gehört, dass ich mit dir gehört habe. Und ich habe so viele gute Dinge über diesen Camp. Du hast sie gesagt, dass ihr ihr Kind zur Konversionstherapie zurückgebracht hat. Danke. Danke, Luca. Danke schön. Danke schön. Ich mache jetzt. Und jetzt? Und wie hat Marianne deine hilfreichste Frage genommen? Schade? Sie wollte... Sie wollte... ... dass du, was der perfekte kleine Butterfly war in dieser Kuckung. Und ja, wir haben darüber gesprochen. Sie war cool mit mir? Sie war mehr als das. Sie liebte dich. 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 Ich will nicht sein, aber ich habe wirklich viel auf meinem Platz heute. Okay. Ich komme aus deinem Weg, dann. Danke, Tessa. Danke. Tschüss. Tschüss, Tom. Tschüss. 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 getiriert sich zurück. Nie. Hier, man weiß ja gar nicht, wenn man's was von denken kann. Sorry, I'm just thinking about what this means. Yeah, me too. Well, it's a good thing Eddie's expecting us. He knew Marianne pretty well, and he was in charge of her case. Did he ever mention anything about the investigation to you? No, I never asked. And I'm sure he thought I was better off not knowing. I guess that might have made for some awkward dinner conversation. Exactly. But I mean, he's a good cop. Thoreau. I'm sure he's got something. Let's go. I guess he's gonna be well. I guess he's gonna be well. He's gonna be well. Mm-hm. I guess he's going to be well. So... Das ist ziemlich bleak. Es ist meistens mehr kräftig. Aber die anderen Arbeiter schlägt sich um 6 Uhr. Keine Angst nach 6 Uhr? In den Städten von Delos Cross? Es sind nur Beine und Disorderlich. Und Herr Kollege Eddie kann sie selbst selbst behandeln. Wie ein Hero. Insofern ist er wahrscheinlich in seinem Büchern. Upstairs Maya Damn They've still got this creepy mascot, huh? What? Officer Justin Beaver Is not creepy He's Delos Crossing's longest serving officer Ey, dankeschön Obwohl ihr die Challenge nicht geschafft habt, habe ich trotzdem 20 Subs gegiftet, weil sonst der C-H-A-T Die ganze Zeit traurig wäre Setsch-Lul, danke dir, wieder mal für den nicen Stream bis jetzt, H-Y-P Er's in Chat für Tell Me Why 12 Stunden Stream, X-D Nein, es wird kein 12 Stunden Livestream Ey, nein, ich danke dir Für den absolut großen Support, den du jetzt Heute auch mal wieder richtig reingeweilert hast Vielen Dank dafür Ach, du bist insane Ein ganz, ganz, ganz großes Dankeschön Vielen, vielen, vielen Dank Für die Donation Ähm, ich will jetzt leider keine zu große Pause jetzt machen Deswegen sage ich einfach wirklich großes, großes Dankeschön Für den Support Küsschen geht raus und viel Spaß jetzt noch bei dem Spiel Es ist sehr, sehr, sehr nice Aha Hör auf, ich will auf all die Delos-Crossing-Gosset Oh, das ist alles nur Public-Safety-Stuff Wo steht denn da so? So, diese Petition haben wir ja schon gesehen 100% college tuition paid Damn Maybe I should have joined the National Guard Pete's having your credit card stolen by an online college Too soon, Tyler Too soon Well Well, should I decide the wild world of accounting isn't for me Uh, can't really picture you in the uniform Really? I think I could pull it off Oh, that's still not cleaned up Assholes I wonder if the black oyster catchers were still nesting during the spill God, I hope not Wie spät ist denn das jetzt hier? Halb neun Nee, hä? Doch Of course It's locked Hmm Wir erkunden, by the way, alles mal sehr genau Steigen Sie ein Sie möchten wissen, wie der Arbeitsalltag bei der Polizei aussieht? Dann bewerben Sie sich für unser Mitfahrtprogramm Mehrwerten wir zum Beispiel hier Brown Es ist übrigens kein Horrorgame An die Leute, die das Wie so oft fragen Es ist einfach ein sehr schönes, atmosphärisches Spiel Oh, das kann man sich mal merken Remember Mr. Haynes? Vaguely He had that workshop in his garage, right? Made those huge glass sculptures? Yeah He's been missing for a couple months Damn Always liked his art They never did find him This happened when we were kids, right? Yeah Marianne freaked out and wouldn't drive after dark for a few weeks What? Claire Brown went missing on a snowmobile trip? Yeah I thought you were still here when it happened I don't remember it Claire Brown wurde zuletzt am 15. 2005 Es ist die Eigentlich Ist Claire Brown die eigentliche Frau Von ihm? Könnte sein, ne? He's really passionate about that stuff I went with him to protest the Capitol building a couple of times Oder es ist doch naheliegend Also es ist doch Eddie Brown Dann könnte doch Claire Brown die eigentlich verstorben Also vielleicht verstorbene Oder vermisste Frau von ihm sein, oder? Oder seid ihr jetzt noch nicht so dabei? Wobei die ist doch viel zu alt, ne? Alter zum Zeitpunkt des Verschwindens, 58 Mal sehen wie alt er ist Ne, das ist ja jetzt, ähm Claire Brown 62 Jahre alt Ja, irgendwie vielleicht wird eine Verwandte, ne? Stella Reis Rebecca Chan Huh Why do they look so familiar? Kevin Sutton The Mailbox Bandit, huh? Dean Becker Memo An alle Mitarbeiter des Police Departments von Pleasant Bay Mental Health Institute Datum 16. Oktober 2015 Betreff Patientenverlegung 26.10.2015 An alle Polizeibeamten des Dallas Crossing Police Departments Hinweis Aufgrund von Überlegungen werden die Patienten Dean Becker, Kevin Sutton Am 26. Oktober 2015 um 8 Uhr In das Fallon Creek Correction Center SPO verlegt Ok Die beiden also Oh Gregs Just leaving this out on display again Yeah, he's still here He became a bit of a local celebrity After nabbing a murderer from Juno The guy was hiding out on a fishing boat And got really, really sick After eating out of the chum bucket So it was actually a pretty easy takedown Dammit It's locked Well, what did you expect, dum-dum? It's a police station Come on, man We can't make these poor kids sleep here Well, where do you suggest they go? Social services will be here in a few hours And this is the only room with a bed Anywhere but a cell We'll find some other place Here we go again God, not here too I'm not ready Me neither Puh That is going to smell lovely tomorrow It's from Testa's restaurant, right? Uh-huh Everyone eats there all the time It's as exciting as food gets in Delos Crossing Yeah, it's actually auch sehr besonders Dass halt wirklich, ähm Sie halt auch am Ende adoptiert wurde, ne? That's Denise Wilson's desk Remember her? Uh, crazy D? The woman who's Remember this fella? No way Is that Jet? Yep He, uh He died last year putting himself between D and a bear Oh, damn Poor D Hopefully this doesn't weirder out Ich hätte eigentlich einen Hund lieber gemalt Nein, danke dir für den Versteckensdorf Vielen Dank Was haben wir geschrieben? Danke für deine Hilfe beim Reifenwechseln Okay Oh no, it was her birthday I completely forgot You're a terrible person It's your fault I was so excited to see you That it completely slipped my mind She's obsessed with sled dog races now Is that even a thing? Oh yeah She goes to the Iditarod every year And she's got a fantasy league called Mushers Little Helpers It's really cool Man I forgot what kind of kooky shit people are into out here Hey now I'm in the league Schlittenhunde-Rennen Iditarod Siegerlisten Na, hat Denise mal gewonnen? Schade Was haben wir hier? Alles Gute zum 29. Geburtstag Denise Gute Arbeit, weiter so Eddie Du bist der Beweis, dass Weisheit nicht immer mit dem Alter kommt Lass es krachen, Didi Dann, Dan Achso, das schreibt Dan Achso, das haben mehrere Ah, jetzt schreibt es erst Sorry Josi, danke dir für zwölf Monate Danke für die tägliche Unterhaltung Und, äh, dass du schon so lange Dass du schon so lange alles für uns gibst Hoffe dir geht's so gut so weit Oh Ja, mir geht's gut Ich hoffe dir auch Das ist sweet Merci, wirklich Dann, ähm, schreibt, ähm Genieß Das letzte Jahr, bevor du in den Club der verbitterten Frauen in den 30ern eintrittst Rosie Lass dir die Schokolade schmecken Happy Birthday, Didi Happy Birthday Du siehst noch keinen Tag älter als 100 aus Haha Ist ja Fun Noch mehr Okay, wir können wohl noch weiter unten erkunden Something's in the way I'm guessing this is where you dash all the guns, so Yep But I don't need to tell you that it's off-limits I don't know But it's off-limits anyway Junge, er ist einfach ganz woanders Ja, ich mach wieder so richtig typische Bastian-Wohnen Ähm, wusstet ihr Warte mal, war das so rum, dass Russland, damals Alaska Der USA verkauft hatte Ja, ne Ihr müsst euch mal vorstellen, wie riesig Russland einfach wäre Wenn die einfach noch Alaska hätten Uh, see I was pictureing an actual Mailbox Bandit You know, like Hopping around on a post With a little mask on the door Huh You know The Mailbox is the bandit Sorry, it was a bad joke Lesen Am 27.10.2015 Um ca. 10.03 wurde Officer Greggs und ich zu 239 Woodlawn Road entsandt, um eine Diebstahlmeldung aufzunehmen Wir kamen um ca. 10.22 Uhr an und sprachen mit Lawrence Cooper, geboren 15.07.1967 Ähm Cooper berichtete, dass sein Briefkasten aufgebrochen worden war Cooper Also, ja Ich schaute vor zwei Tagen hinein, weil ich auf mein neues Handy warte Äh, warte Ich sollte Höhere Versandkosten zahlen, damit es rechtzeitig ankommt Aber ich habe denen gesagt, das lasse ich mir nicht gefallen Ich zahle nur so viel, wie es kostet und kein Penny mehr Sie haben kein Sie haben klein beigegeben und meinten, sie kämen Es käme am Dienstag Aber heute Morgen war das Schloss aufgebrochen und der Briefkasten leer Wahrscheinlich diese Nichtsnutzt Toe Down Anmerkung Toe Down ist Jervis A. Solo Der mir und Officer Greggs bekannt ist Ehemals Hashtag 1288 Äh, 12882 Letzte bekannte Adresse Almeda Plaza Apartments Cooper gab außerdem an, die ganze Nacht vor dem Vorfall des Zuhause gewesen zu sein Und nicht gehört zu haben Cooper gab weiter an Wenn ich Toe Down finde, reiße ich ihm den Arsch auf Dass er am Arsch ist Cooper wurde verwarnt Keine weiteren kriminellen Drohungen anzusprechen Cooper erklärte daraufhin sein Vorhaben, Celo anzuzeigen Und wurde darauf verwiesen Bei der Staatsanwaltschaft Anzeige zu erstatten Von eSaunders At XeMail.com Datum 29. Oktober 6 Uhr 6 Uhr 1 3 An Ja Betrefft Dringend vermisste Post Sehr geehrter Chief Brown Sehr geehrte Mitarbeiter Ich schreibe Ihnen bezüglich des Briefkatzenräubers Ich habe seit 9 Tagen keine Post erhalten Meine Enkelin Madison ist in den Flitterwochen im Great House Resort of Jamaica Ricky arbeitet am Computer Sie wollte mir schreiben und wissen Sie, Madison hält immer ihr Wort Ich rufe seit 9 Tagen täglich an Nur um von Rose abgewimmelt zu werden Falls die Tatsache, dass ich die Empfehlung für ihren Sohn nicht geschrieben habe Etwas damit zu tun hat Sollte sie wissen, dass sie trotzdem verpflichtet ist Ihre Arbeit zu machen Der Diebstahl bei einer Post mag Ihnen unwichtig erscheinen Ähm Doch wenn der Dieb Un Ähm Unbehelligt bleibt Ermutigt ihn Das möglicherweise zu weiteren Verbrechen Möchten Sie wirklich warten Bis Ich lese Möchten Sie wirklich warten Ich erinnere Sie daran Dass wir jedes Jahr An die Stiftung der Polizei spenden Obwohl wir nicht viel Geld haben Weil wir im Gegensatz zu anderen an Recht und Ordnung glauben Aber Wenn das die Dienstleistung ist Die Sie uns dafür bieten Werden wir in Zukunft vielleicht lieber die Feuerwehr unterstützen Wärmste Grüße Laura Ann Basti Ne Also Wir als Zuschauer Wir unterstützen dich Und geben dir auch Donations Aber wenn die Challenge Jetzt immer noch Und immer noch leichter wird Dann werde ich mir mal überlegen Dann werde ich mal vielleicht Farbo donaten müssen Hm Nun ja Okay Interessant Man weiß ja nicht Wofür man diese Information nochmal gebrauchen könnte So Aber ich denke mal Sie wollen, dass wir nach oben gehen Was ist das hier? Aha Ein Kalender Dino Waffenkammer Shooter Junge, aber diese Dingshounds sind so gut Diese Möwen und so jetzt draußen Okay, hier sollen wir nichts machen Archiv So, hier brennt noch Licht Okay Gut, ich glaube wir sollen jetzt auch nicht das komplette Polizeipräsidium Komplett abchecken Oh oh, ich bin mal gespannt Wie sind wir Wie sind wir als Tyler gegenüber Eddie aufgestellt? Erstmal schon noch ein bisschen Nun ja Was du uns angetan hast Ist schon ein bisschen Nicht so cool Oh, da war er schon Distanziert Die Maschine ist in der Freiburgie downstairs Aha Ja, das war halt Boah You know I really thought I'd lock those memories in some deep, deep part of my brain Same here Did Brown just flat out inform you? Um, I didn't notice But I mean he's probably feeling awkward since You know You didn't take his gift Great He's making it weird Ja, wo ist denn jetzt gerade die Dings? Ja, ich verstehe gerade nicht, wo meine Vision sein soll Okay Okay Let's go in Allison How about that coffee we were talking about? How about that coffee we were talking about? Hä? Ich bin super verwirrt Hallo Wo we were we going? Wo we are we going? We're just gonna sit down in here I'm gonna ask you a few questions, okay? Okay You okay? Yeah Das ist die Umkleide, ne? Liga-Tabelle Mein Telefon vibriert Ich weiß nicht, ob das eine falsche Entscheidung ist, jetzt ihren Schlüssel zu holen, ne? Wir wissen ja, wo der ist. Das war übrigens die richtige Entscheidung, dass wir das Kapitel nicht noch am Ende auf Krampf gespielt haben. Okay, wir müssen nachher dran denken, den zurückzulegen. Wir müssen wirklich nicht in hier sein. Ja, aber wir wissen nicht, wo wir wissen, ob wir die Information über die Nacht finden können. Ich glaube so. Also, Wilson verlässt ihr Locker-Key in ihr Desk und ihr Passwort-Reminder in ihrem Locker? Das ist so irresponsabend. Ein Intruder könnte einfach alle verschiedene Polis-File mit diesem. Ja, wie zwei Goblin-Intruder. Beachtet bitte, dass ab jetzt jeder Polizier-Bahn mit ID und Passwort zugange können, oder? Balto kam durch. Aber nichts weiter Wichtiges. Das war halt also hell. Ich sollte sie rausziehen, um ein Geburtstag-Bahn zu nehmen. Gute Live-Ausstrange. Ja, kann man nicht so wirklich vergleichen, aber beide Spiele sind richtig nice, ja. Ich habe auch kurz gedacht, jetzt könnten wir an den PC, aber... I guess not yet. ... ... ... ... Du bist okay? Ich fühle mich nur ein bisschen nervös. Oh, das muss ein neues Rekord sein. Du denkst, wenn ich einen nehmen werde? Diese sind definitiv die gleiche Cookies, die wir hier in der letzten Woche waren. Aber du kannst dich weg. Ich bin so hungry. Wie ist es noch warm? Du bist sicher, dass du koffie so weit in der Zeit willst? Du bist alle Nacht. Ich glaube nicht, dass ich viel schlafen werde. Zu viel in meinem Geist. Die Schrauben verletzen werden nicht leichter. Hey, bist du okay? Oh, mein... Ich kann das nicht machen. Entschuldigung, Allison. Steig mit dem Plan. Komm schon, nicht auf mich auf mich jetzt. Ich kann nicht. Bitte, ich kann nicht lachen. Wir haben bereits lachen. Es wird alles gut sein, okay? Du bist okay? Du bist okay? Du bist okay? Ernsthaft? Nein. Hast du niemals einen Regret? Nein. Keine Weise. Vielleicht ein paar oder zwei. Aber jetzt? Keine Weise. Ich meine... Schau mal, wo wir sind. Schau mal, wo ich bin. Uncle Eddie ist wahrscheinlich bis jetzt fertig. Wir sollten ihn finden. Geht ihr, wenn ich in diesem Raum für einen Moment gehe? Äh, bist du sicher? Ich bin nicht so leid. Wow. Ja. Ich bin eigentlich in diesem Raum für viele Jahre. Nein. Das ist die erste Mal, ich hatte da, seit ich noch hier war. Die Nacht. Eddie war so unkomfortabel, er hat ein Beis geschlagen. Was hast du? Was are you looking at? Uh, this poster. I kept staring at it that night. I was picturing myself in the forest hunting for goblin treasure. Just wanted to be anywhere but here. Yeah. Der beat is nice. Oh, wir können nichts machen außer die Änderung gucken. Oh, er meint. Der Eiskönig. I'm pretty sure Chief Brown is done with his phone call by now. Here. Have a seat. All right. Ah, dammit. Oh. Sorry. Huh. They kept this? What? It's that vase. They glued it back together. Hmm. I'm pretty sure Chief Brown is done with his phone call by now. Okay. Habe jetzt gedacht, der kommt vielleicht noch ein bisschen mehr. Ah, dann kann man hier schneller durchgehen. Hell, voll nice. Hell, voll gut gemacht. Dass man einfach nicht so lange laufen muss. Oh. Why did you separate us? Is Oli okay? Oli's just fine, honey. They're all in the other room having cocoa. Everything's gonna be okay. Ich glaube, ich verstehe langsam. I need to ask you a few questions now. Come with me. Ich verstehe. Ich glaube, dass wir bezüglich des Mordes von... Ja. Sorry. I'm trying to deal, but... It's a lot. Ich glaube, dass wir bis jetzt auch nur zum Mord der Mutter aus der Perspektive am Anfang gespielt was gesehen haben oder gehört haben. Und wenn nur die Aussagen von Tyler. Und dort hatte er eben ausgesagt, yo, ich habe sie ermordet. Ich glaube, es könnte jetzt an sich zusammenpassen, dass es vielleicht gar nicht Tyler war. Sondern vielleicht waren es beide. Und er deckt eben Allison, damit sie nicht in Schwierigkeiten kommt. Und sie hat gewissermaßen Schuldgefühle deswegen, weil er die Schuld alleine auf sich genommen hatte und nicht sie mit. Das ist jetzt gerade meine Vermutung. Und das ist halt deren Geheimnis. Sie haben logischerweise nicht gelogen von wegen, yo, die Mutter hat sie bedroht. Sondern die Lüge ist halt, yo... Vielleicht waren sie beide direkt an dem Mord ihrer Mutter verwickelt. Vielleicht. Hey, sorry toắtesch mio so lange. Sometimes, diese老ine will uns doch nicht raus durchgekommen, weil sie litat sind. Es sagt K statewide, Unterbrochen. Hey, checklistte clássene忍 attracted? Der resid ist natürlich це mir höher gemacht. Diala Ronin. The prodigal son returns. Yep. Look at you. I didn't even recognize you at first. Heard that a lot today, Chief Brown. Chief Brown. No need for that kind of formality. Not with family. Huh. How you finding Delos Crossing? Change much? Same dump, different year. Well, we're no Juno, but lots of folks feel at home here. It's got to be good to be back with your sister, huh? Yeah. It's been a long time coming. Look, Eddie. We aren't here just to say hi. We found something in Marian's room. Things aren't really adding up anymore, and we've got questions. Oh, yeah? Did she mention anything about us that might have been worrying her? About Tyler in particular? No. She dealt with those kind of worries all on her own. Kept the rest of us at arm's length. I see. I will tell you one thing, though. Your mom. Never knew her to hate anyone for... being unconventional. Usually. It's the other way around. Did anyone mention anything about her behavior in the days leading up to that day? Anything at all? No. Everyone I talked to said it took them by surprise. Did you see her at all? Like, in those last few days? No. I hadn't seen her for... weeks. Maybe a month before. Hmm. Thanks, Uncle Eddie. If you want my advice, nothing good comes from stirring up old memories. Hmm. We don't really have a choice about that. There's always a choice, son. I know sometimes it doesn't seem like it. but there is. Can we take a look at her file? Maybe we'd see something you didn't. Her file? Her case file. Her police file. Whatever you call it. You keep those pretty much forever, right? We do, but I can't just pull it out right here, right now. There are procedures. But you're the chief. Which makes it even more important that I follow procedures. Look, Chief Brown. Are you gonna help us? Or are you gonna be a cop about us? Tyler! No, it's fine. Tyler, I know you resent me, but Fireweed was the best deal I could get you. I'm not mad about Fireweed, but I may be a little salty. You kept my sister away for seven fucking years. That's what this is about? Look, that was the court's recommendation. They're the experts. I just went along. Yeah, sure you did. Trust me, son. We all believed that what happened that night was self-defense. But we couldn't be sure. I can't believe this. Look, we couldn't be sure, okay? I was trying to protect you both. So you still not sure? What? You still think keeping us apart was the right call? She was traumatized. We needed each other to heal. And you took that away from us. So why didn't you let your sister visit when you turned 18 then, huh? Uncle, please. Let's move on. She's never gonna tell you how much that hurt her. But it did. That was about me. It wasn't about her. Allison gets that. And three years is nothing compared to seven. Right, Ali? Holy shit. Eddie wollte nur das Beste für mich. Es war falsch. Oh mein Gott. Das ist die erste richtig harte Decision. Mehr als zu Eddie zu stehen oder zu ihm. Ich meine, war es falsch, sie zu trennen? War es die falsche Entscheidung? Es ist halt schwer einzuschätzen, weil... Zu Eddie damit er Akte gönnt. Eigentlich auch true. War meine, dass sie nie ab 18 eingeladen. True that. Und ich muss ehrlich sagen, das erste verneint nicht wirklich. Also ich meine, ganz ehrlich, das hätte Eddie an sich auch am Arsch vorbeigehen können, dass die jetzt alleine dasteht und hätte sie nicht adoptieren müssen. Sie hätte genauso auch einfach... Also er hat sich ja um sie gekümmert. Also ich würde eher aktuell zu eins tendieren. 10 Jahre apart, das war nicht. Aber die Familie, auch. Look, wir haben alle gekümmert. Wir haben alle gegenseitig. Wir haben alle gegenseitig. Aber... Isn't das was die Familie ist für? Wir können nicht einfach... weitergehen? Sounds like the right call. Sounds like this. I... I wonder who Rey ist, too. We're gonna stay the night at the old house. We better get going. You wanna grab a bike first? It's on me. I don't want to send you out there with empty stomachs. I would not turn that down. Okay. Let's go. BDF? Das war aus den Geschichten der... glaube ich. Der Briefkasten. Stop! Was ist da passiert? Allison! Allison! Von denen haben sie in ihrem Buch auch erzählt, ne? Wer bei du aufgepasst hatte. Das war der Böse, wie ich das im Buch. Jetzt kommt nämlich Allison von hinten. Ich hab's von gekallt. Ich hab's halt wirklich gekallt. Ich hab's von euch. Ich hab's von euch. Allison, we need to call for help. I killed her. No, you didn't. I killed her. And when they come, that's what we're going to tell them. No, no. Yes, we look out for each other. That's what goblins do. And brothers and sisters. It's going to be okay. We're going to be okay. Boah, krass. Also ich bin selber von mir überrascht, dass ich das gecallt hatte. Aber als sie dann spätestens gesagt haben mit dem Geheimnis, muss das ja obvious sein, dass es irgendwas nicht zu krasses ist, aber das ist noch realistisch. Und deswegen hatte auch Allison immer noch so gewisse Schuldgefühle und er hat sich halt gegenüber ihm so nicht unbedingt korrekt gefühlt. Es ist by the way das erste Kapitel von dreien. Die Kapitel zwei und drei sind nur zur Hälfte draußen. Das heißt, Kapitel zwei ist da, drei noch nicht. Das heißt, wir können auch direkt weiter machen die Tage mit dem zweiten Kapitel. Erste Kapitel grandios. Sehr gut gefallen. Die Länge war auch sehr angenehm, muss ich sagen. Wir haben jetzt insgesamt am ersten Kapitel... Ähm... Ja, am ersten Kapitel saßen wir jetzt insgesamt... ...und wir saßen am ersten Kapitel fünf Stunden. Und das ist schon eine sehr, sehr gute Spiellänge. Und, ähm... Ja, irgendwas war halt sowieso faul. Das habe ich mich halt sowieso gefragt. Ich meine, wie kam es dazu, wenn seine Mutter ihn bedroht hatte mit der Waffe, mit so einer dicken Schrotflinte? Wie soll er sie denn dann bitte... Also es musste halt ein Backstep sein, wenn sie erstochen wurde. Wir machen mal weiter. Allison war enttäuscht, als Tyler Addys Friedensangebot nicht angenommen hat. 14% haben den Ring abgelehnt. Hä? Also das haben wir halt auch gemacht, aber... Wieso nehmen denn die ganzen Idioten den Ring an? Einfach so? 9% haben den Ring ins Wasser geworfen. Als ob 77% den Ring angenommen haben. Hättet ihr doch auch nicht gemacht, oder? In der Situation. Ich fand also... Generell fand ich das einfach sehr unpersönlich, diesen Ring. Als Friedensangebot oder als Wiedergeschenk. So, weißt du, was ich meine? Fand ich nicht so cool. Jünger Oller, ich spiele, wie ich möchte. WTF? Allison hat sich gefreut, das Rätsel der Prinzessin zusammen mit ihrem Bruder zu lösen. Okay, krass. Ich hätte gedacht, das hätten weniger gemacht, weil das Rätsel, ehrlich gesagt, schon ein bisschen kniftiger war. Tyler fühlte sich durch Alisons fehlendes Vertrauen im Laden nicht gewürdigt. Tyler spürte einen Keil zwischen ihm und Alisons, als sie sich auf der Wache auf Addys Seite stellte. Auch 70-30. Ja, also ich fand aber, ich habe die Entscheidung so getroffen, wie ich es von der Logik fand. Ich habe überhaupt nicht mit dem Hintergedanken gedacht, so diesen Zwillingsbund zu stärken. Tyler schützte sich vor Sams auf Anfeindungen. Haben Sam zur Rede gestellt, haben Sam nicht zur Rede gestellt. Okay. Tessa sprach auf mit den Zwillingen über Marion. Haben keine Antwort erhalten, haben Tessa verärgert. Das haben wir auch gut gemacht. Addie fühlte sich von Allison und ihrer Familienrede bestätigt, als sie sich auf der Wache auf seiner Seite stellte. Ja.